Das komplette... Nachttäcker... Ich glaube du musst bei... Nee, ich hab schon alles gut. Ich weiß ja wie ich das einstelle. Entschuldigung. Ich muss halt die Auflösung nicht auf Gerätestandard, sondern auf Benutzerdefinit immer machen. Ach verdammt. Ich hab vorhin einfach meinen Twitter wieder aktiviert und jetzt hab ich so viel Scheiße auf Twitter gelegt. Brutal. 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 Ein einfach erster Kommentar so von Skurros, irgendwas mit Transgender, war ich sofort... Oh, hier ist meine Welt. Oh Gott. Da ist die Kimi immer dabei, wenn es um Rassismus geht. Mhm. Hat nichts damit zu tun. Aber er, Skurros, hat halt einfach gefragt, ähm, äh, sie soll, also die Person soll ihm doch bitte erklären, welches das dritte Geschlecht wäre. Das dritte Geschlecht ist Baum. Scheiße, das gibt's nicht. Äh, was wollte ich gerade machen, ne? Ich weiß nicht, wie es um meinen Kopf tut, den ich starten möchte. Ich starte. Ich starte. Okay. 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 Ich hole mir gleich noch mal ne Dose und dann... Geht's rein in den Bruch. Ah, sag mir nicht, dass ich kaufstück die neue Installieren muss, weil das Ding nicht startet. Hast du ein Update, Bebo? Ne, hab ich nicht. Und das ist ein Update. Weißt du was, ich installiere und installiere halt, das geht so nicht schnell. Ich bin nur 90 GB. 100 GB. Ja, du mit deiner Unterarbeitleitung noch. 100 GB. Na, Kim, überlegst du dir? Ja. Ich kauf mal was. Ja. Weil die Waffe pink ist. Ich bin ne pinke Waffe. Ist einfach... Der Skin, Alter, ist einfach... Sie ist hässlich. Ja. Aber... Die Waffe ist halt hübsch. Nerox, du... Nerox. Dylan, du musst du... Ich komm nicht rein, eure Party ist ja immer privat. Oh. Oh. Warte. Kim, du musst Dylan ändern. So, jetzt krieg ich einfach nicht. Ah, ne, warte. Warte, warte. Warte, warte. Jetzt. Ich hab... Ich bin eingeladen. Egal. Okay. Jetzt geh ich zurück zum Shop. Ich geh auch noch rauchen bis dahin. Mach das. Ja. Mach das. Ich will jetzt in den Scheiß-Shop. Hört jetzt auf. Hm. Der Untode Skin von Kalisto ist auch nice. Ich fängt halt immer davon ab, mit was für einer Waffe... Oh. 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 Mensch, wenn ich an früher bedenke, hab ich für ein Gigabyte Update... ...drei Stunden gewartet. Hm. Krass. Was? Was ist Hans Zimmer Musik? Hans Zimmer Musik ist geil. Ah, dir kannst du einen Soundtruck kaufen davon? Im Shop? Habt ihr das gesehen? Mhm. Wir stellten die mal zurück. Ja, der nicht spricht. Helen? Was machen sie auch? Kampfkumpel quasi Set. Ja, ich guck das auch gerade. Mein Gott, haben die wirklich die Nicki Minaj hier reingesetzt, Digga. Ach, ich weiß nicht. Den Clown guck ich nicht. Wie bodenlos muss man sein, Digga. Ich hab keine Knete, ich würd mir einen Clown sofort holen. Obwohl, nee, gar nicht war die Tasche, die er auf dem Rücken hat, die ist Kacke. Deswegen hab ich mir, glaub ich, nicht geholt. Der Macher will die Nicki Minaj, er möchte Ketten haben. Digga, nee, was machen die... Nee. Was ist nur aus diesem Spiel geworden? Snoop Dogg ist ja noch okay, aber Nicki Minaj, Digga... Ja, die ist echt... Die ist nicht schön. Ja, die... Snoop Dogg kann man sich verstehen, weil er ist auch ein offizielles Facemitglied. Der ist ein Hohensohn, er hat nichts bei Face zu suchen, Digga. Was hat der bei Face zu suchen? Der kann nicht mal zocken. Ein Zimmer, MW2 Musikpaket, über vier Stunden Musik. Ja, das hab ich ja gerade gefragt. Oh nein, die Face-Kerl noch schon lange, wie das hatten sie waren. Ja. Sonst echt nix. Boah, Dark Rituals 3. Ich hab eins und zwei. Nee. Ja. Aber grinst du? Ich löte gerade das Spiel komplett neu auf. Wie du löst das Spiel komplett neu auf? Weil Saugun hat mich gestartet. Ah. Du versuchst ja, ich von der Welt schaden, ein Rundspiel könnte machen. Nötschaden... Nötschaden... Nötschaden 20% aufgelöten. Wattest du da für Engläutung? Nötschaden 20% aufgelöten. Also, der Lötmann hat eh Spiel komplett neu. Und das ist immer noch. Peter? Dann komm ich mit meiner 100k-Leitung. Ja, ich auch. Du musst das fischern. Spiel hat mittlerweile 100,5 Spiel komplett. Pfff. Ich geh mir fix ne Dose holen. Mika, wie gesagt, was ist bei dir? Schleif mal, andere Leute müssten nur für 3 Mänte ihre PC nonstop ohnehin für das rufen. Wie, ich wurde aus der Party geworfen, was ist das für ne Scheiße, Digga? Marfell! Ich hab gar nix gemacht, gar nix. Ok, bei mir haben einfach Dylan und Kim ne Krone, Null. Ok, warte, Mika ist auch im Spiel. Bist du jetzt an der Party drin, Dylan? Ich bin drin, ja. Hey, weil ihr habt ja ne Krone. Bei mir. Bei mir habt ihr beide ne Krone. Lisa Füße. Grüßchen. Hashtag Not Sponsored by Red Bull. Ich hab eine. Ich hab eine. Ich hab eine. Ah, ich guck mir weiter Twitter an, dieses Idiotengesprängchen. Ich hab im Stream noch meine Musik, glaub ich. Können wir ja gleich mal anmachen. Können wir ja gleich mal anmachen. Können wir gleich mal gucken, was das ist. Hans. Hans. Sind wir. MW2. Ja, Orange im Orange. Kennt ihr Orange im Orange? Ja. Ich bin echt dumm schief. Übrigens, MW3 soll 16 oder 19 Karten von MW2 behalten, ne? Ja, das hab ich auch gelesen. Was mit MW3? Das neue MW3 soll 16 oder 19 Klassiker Karten drin haben. Oder halt die alten, die jetzt drin sind. Ich sag das schon lange. Mhm. Activision hört nicht auf die, die hört nicht auf die Community. Bring jedes Tier ans TOD raus. Ist cool für die ersten paar Monate und dann ist es wieder. Wird's langweilig mit der Zeit. Das Ding ist, eigentlich könnte ich die Musik jetzt auch im VOD laufen lassen. Weil die ist ja sowieso im Spiel mit drin. Ich schaff dir die Kommentare hierけど mit Tic-Tac. Oh nö Macht er noch andere Musik? Das ist nichts für mich Ich mach jetzt ich glaub morgen oder so nehm ich mein erstes Reaction-Video auf und ich glaub ich hau mir einfach zwei Stunden so Horror-Videos rein Na dann fangen los Ich hab das vorhin schon gemacht mit dem Buch Ja Aber ich weiß nicht ob ich die im Stream mache oder Off-Stream Ja das musst du wissen Du kannst ja auch Off-Stream oder so Reaction machen Mhm Okay Mika Ja aber sollst du erst mal ne Röner starten oder was? Mika kommt gleich Ich liebe es du schreibst eine Nachricht und du kriegst keine Antwort Ich hab das einfach auf gelesen Fuck you man Seit heute morgen 9 Uhr einfach Ich fick mich dann ins Knie Danke Danke Ich hab das einfach auf gelesen Ich hab das einfach auf gelesen Ich hab das einfach auf gelesen Freund gehäutet und zu Steak verarbeitet Ich hab Ich hab ich hab ultra viel solche Sachen Die Davidwache auf der Reeperbahn Das kennst du Mhm Mika schafft Trump wird Präsident Pädophilen Leuten Und dann ähm Treffen die sich mit denen Und stellen die halt zur Rede Und die kommen dann auch vor die Polizei Aber ich hab halt Angst wie Twitch darauf hängt Obwohl ich gesehen hab dass der Streamer äh Moshi heißt der so? Moshi? Real Moshi? Moshi? Ja der hat das auch gemacht Und da war es in Ordnung Genau Wird da nichts Schlimmes gezeigt? Nö Hi Mika Nö da wird hier auch nichts Schlimmes gezeigt Also ist alles Alles weg was man sehen kann Hallo? Hallo? Ja ich feier den Typen so schlimm man Ich find die Lobby richtig hübsch hier Ich schwör ich dachte ich wär jetzt blockiert Dann wär ich richtig ausgerastet jetzt Ich schwör meine Nachricht ging nicht durch Ich hab dieser Job bald Ich hab dieser Job bald Ich hab dieser Job bald Es braucht noch was? Fünf Minuten? Christ 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 Sein Download läuft einfach im Stream Mhm Moshi Ich hab mich heute amüsiert Ähm Auch bei mir Ähm Bei Twitch zu schreiben Äh Mein ganzes Setup Ja sehr gut Guck ich gleich mal rein Habe ich mich amüsiert das zu machen Ich hab andere Sachen gelöscht Ich dachte so plötzlich so mein Setup ist eigentlich scheiße groß Ja ich hab gestern auch noch mal meine Kamera aktualisiert Was hast du denn da drin stehen Ja vom PC noch gar nichts weil der sowieso vom Bad Boy jetzt umge- also umgebaut wird deswegen Ja Ja Ich hab echt viel von den Razer Mhm Ja 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 Schmerzt das doch Ich hab einfach alles Ähm Reingefickt Geht Ich hab ja noch nicht so viel Ich würd die Specs vom PC auch reinpacken aber Schaff darüber ja nicht Dass Uh wo wir jetzt drauflaufen, also von da ist eigentlich uninteressant. Ja, Mann. Das ist der Präsident. Ich habe auch gelöscht einiges und ein bisschen umgebaut. Ja, passt das so an, wie es dir gefällt. Mach ich auch. Mal noch Twitter gemacht. Ich habe übrigens mein Donation-Goal runtergesetzt. Warum? Weil 100 mir irgendwie zu viel vorkam. Ich habe es jetzt auf 50 gesetzt. Ach so, okay. Sub ist einer weniger jetzt, weil Abo nicht aktualisiert. Ja. Ich habe jetzt noch 8. Ich glaube, ich habe sogar 5. Ja, mal gucken. Ich mache mir auch gar keinen Stress. Ich auch nicht mehr. Der Grohle hat gestern eine Sub-Bombe gekriegt. Der hat jetzt 7 Subs. Oh mein Gott. Der hat eine Sub-Bombe gekriegt. Dann denke ich mir so, was mache ich falsch? Was? Du bist nicht behindert. Das ist das Problem. Bei mir ist anscheinend das Problem, ich zeige keine Tippen und bei dir ist das Problem, du bist nicht behindert. Ich zeige keinen Schwanz. Macht der Grohler das? Nein. Ich gönne mir jetzt noch einen dritten Bildschirm, weil der fehlt. Weil für jede Reaktion muss ich immer einen Bildschirm umwechseln, das nervt mich. Kaufe ich mir einen dritten, der wird dann hier rübergestellt. Ja, ich dachte, wir haben Platz für, außer ich hole mir so eine Monitoräußerung, wo drei Stück rankommt, zwei nebeneinander. Wache ich, aber nee, ich mache nur für einen und der kommt dann über die anderen. Mhm. Okay. Ja. Mika, wie geseit aus? Ähm, ich bin nicht Gartner eigentlich. Echt? Ja, ich meine, ich weiß noch überhaupt, du kommst. Schukang. Ich habe ein verblockiertes Spieler schon. Aber die haben mich vermerkt. Wie hast du deinen Dinger in deinem Activision-Num-Code? Ähm. Das ist Schreifern an dem Discord-Ding. Ganz schmarrt. Also sie hat heute nicht gestreamt, Marcel. Nö. Aber sie sollte heute streamen. Echt? Warum? Äh, kreativ. Hast du auch reingeschrieben oder was? Ist das Streamholder? Steht da wie im Disco-China. Uff. Bist du, deswegen gehe ich da nicht rein, weil sie nur noch eine Fake-Infos kommt. Sie hat eh, sie wollte auch, dass, ähm, jeder die, ähm, äh, ähm, was war's nochmal? Ihre Regeln akzeptiert und liked. Und dann, äh, 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 äh. Wie zickig du bist. Ja, das ist, ganz ehrlich, das ist, das ist, als würde sie auf TikTok streamen. So kommt das rüber halt. Ich nehm' halt einfach die, ähm, äh, die Ausrede mit dir, ähm, find' ich dumm, weil Micha hatte sie ja auch nicht. Ja, eben. Ja, ich helb' ihr keinen Stück mehr jetzt, Maru, ich weiß egal, ob sie jetzt im Stream ist oder nicht. Nee. Kiki, falls du das hörst, das war das erste und letzte Mal, dass ich sie geholfen hab. Schon dann gescheckt, Miki, äh, Mika. Miki, pardon. Ja, war der Strauss. Bleibt der Schwarze dann? Der löht sein Spiel noch. Ähm, nicht dann. Miki, pardon. Nee, sein Spiel hast gelöht, denn wir hängen das nicht so. Marcel, ja, auch zu vapen. Nein. Rauchenne Kippe. Rauchenne Kippe ist gesünder. Dazu muss ich erst auf den Balkon gehen. Hast du auch drinnen rauchend? Nein. Bei mir auch nicht drin geraucht. Echt? Ja. Bei mir auch nicht. Wozu war ich denn im Balkon? Um die Sonne zu genießen. Auch, ja. Kaffee und Kippe auf dem Balkon. Beste. Kriegen kein Kaffee. Und am Morgen ein bisschen Kokain, dann geht das auch. Nee. So. Ja, muss man versuchen, glaub mir. Du bist sofort wach. Muss man kurz meinen Facecam-Overlay aktualisieren. Geht so... Ah, nee, gar nicht wahr. Muss ich gar nicht. Muss nur das Socials aktualisieren. Ich guck mal kurz, wo Kevin lässt. Nicht, dass da irgendwo ein Badezimmer auf dem Boden liegt. So halb am Krepieren so... Jetzt machen wir mal ein bisschen Baller-Baller-Musik hier im Stream. Ich muss morgen zu Ikea, ey. Ich brauche ein neues... Neues Tischbein. Mit der Franke-Borna-Wengkopf. Ein Plastik. Vielen Dank. 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 Okay. Gar nicht. Das erzähl mal den Müttern. Ja. Noch was gehört? Ja. Ja. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass mit der Milch sonst tauchen die ihre Oreos in Wasser. Ja. 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 ich weiß nicht wie ich es genügend mit dem Hund den habe ich drin mit dem Hund den Hütteln ich bin jetzt erst reingekommen ich muss meine party privat machen weil der so du ließ versuchen sonst rein zu kommen ich habe welche flüchtlinge ich distanziere mich davon ich weiß nicht was ich gerade wenn jemand immer willkommen bei mir ist transmitt Hallo, ich bin jetzt der Lobayesch. Wat lebt? Entschuldigung? Ist er dumm, oder was? Drei Stunden später. Fünf Stunden später. Zünf Stunden später. Aber ich guck ihm zu, ich guck ihm zu im Stream. Du bist doch drin in der Party. Ich schätze drin. Ma ja. Oder? Mal was schon, oder? Nee, ist ja nicht dran. Wieso? Ich lade dich wieder ein. So, du bist jetzt wieder eingeladen worden. Ja, und ich nehme an. So, ich bin drin. Ich bin mal Kim drin. Nein. Also, ich habe momentan Team Deathmatch ausgewählt. Und, was noch? Suchen und zerstören. Gesuchte und gestörte. Was habe ich denn noch dran? Ne. Also, Beppos lebt, damit er Bescheid weiß. Ja, ich schläbe. Ah, 14.000 Leute. Jetzt mal gucken, wie das neu ist. Oh, gerade bei dieser Drixmatch. Aber ich muss noch diese Spiele runterladen. Talia. Ah, höre ich die Chats? Ich will die Chats nennen. Ah, höre ich die Chats? Ich habe vergessen, wie man komplett spielt. Ja, ich muss jetzt irgendwie hier meine Einstellung noch schnell machen. Meine Tastatur ist einfach anders eingestellt hier, wie in anderen Spuren. Verlegen in Führung! Wie rutsch ich nochmal? Ja, das ist ein Controller eingestellt, richtig? Wieso hängt denn mein Controller nicht? Vergessen! Ich lade nach! Boah, der sitzt da in der Ecke! Okay, nein! Ah, ich hoffe, deine Mutter ist stolz auf dich, du kleine Mutter! Ja, du musst die böse Beute sein! Flinke Hände online! Boah! Oh Gott! Gesundheit! Danke! Schau um in der Ecke! Jemand ist irgendwo im Haus! Ah, jetzt geht's! Wer sagt's? Jetzt kann ich laufen! Das ist ein Problem! Ich wechsle das Mal! Ich werde schlafen! Dann stemmt der da schon! Kleiner Lache! Da kommt endlich oben einfach... ... so eine Idee hoch. Werft der Vorladung! Oh, dann schau doch mal alles! Das konnte ich dir nicht durchgehen lassen! Habt was abgekriegt! Nein. Wir haben die Führung verloren. Über der mich holt. Sind die kleinen Schlau. Ich bin gerade überhaupt kein Gegner mehr. Aber die pimmeln alle da. Auf derselben Stelle. Nein, kommt der von hinten. Was bist du denn, Rian Lutscher? Rian Lutscher. Ja, die campen im Haus da an den Fenstern rum, das ist nicht mehr schön. Nein, hab ich. Ich hab schon fast keinen A-Mail. Ich hab schon fast keinen A-Mail, selbstverständlich nicht mehr. Verbündete Vorred im Einsatzgebiet. Ich bin so älter. Ich hab den jetzt mit der Pump-Gum geholt. Hatte gedachts? Nein, ich gebe meine Snoop-Waffe wieder rein. Das ist der Kim-Klassiker. Wer auf dem Vorleitung! Big Lammel kriegt den noch nie. Oh, Junge! Hör auf! Hör auf! Was ist für eine Feuerball? So, Wichse! Boah, oben an der Krabbe sitzt einer am Kammel. Ja, das sind diese Klass-Termine-Galax! Sonst solche Wörter dürfen wir nicht sagen. Doch. Nein. Er kam nie Liebe von seiner Mutter, dafür spielte er. Wir müssen ein gutes Vorbild für Mika sein. Nein. Das ist okay, das ist okay. Mika hat schon sehr viele andere Wörter gehört in der Schule. Mika! Feind in sich! Aber nicht von uns! Muss er ja nicht sagen! Er sagt einfach, dass er sich von seinem Vater gehört hat. Oh, nee! Lange halt dich nicht mehr durch! Setz die Vorladung ein! Ihr Schweine! Verwündete Drohne online! Ey, sie müssen doch irgendwo campen! Ja, die campen auch überall! Nein, ich seh sie nicht! Das sind sicher deutsche Schwitzer! Einer ist Belgier. Das sind, das sind, na, nein! Ja, wir haben uns immer geholt, ey! Ich lade nach! Was? Hättest du gedacht, hm? Keine Ahnung! Oh, scheiße! Das ist geschützt, alle kommen aus! Na, die Pümen in der Mann! Nein, Alter! Nein! Natürlich kommt der rein! Ich schrutsche rum mit der Granaten, wenn wir die Wetter auskürzen! Ich schrutsche rum mit der Granaten, wenn wir die Wetter auskürzen! Ich schrutsche rum! Nein, hört doch mal zu gammeln, ihr hässlichen Huren-Söhne, Mann! Achtung, Granate! Nein! Dann, dammeln die hinterm Dresen! Hehehe! Granate! Wer hat das Mordarum? One-Shot mega low! Gebt die Rückendeckung! Ja, come on! Wegen wir das Zwego! Ja! Wann? Jetzt bin ich jetzt um die Hintermiete eingestet! Das ist so, Ladung, geil! Auge! Wann, du kommst mir nicht? Oh, die Scheiße! Schade! Dann liegt der da, am Boden! Ja, reg dich auf, ich hab dich von hinten genommen, du Wichse. Das Mikro-Einfall von Marcel übersteuert. Der Feind hat einen Rundschlag gestartet, in Deckung. Fassliche Cluster-Mine entdeckt. Irgendjemand mit einer Mine in den Arsch. Bäh. Oh, du kleine Schwung. Schlafe Vorladung! Fassliche Drohne aktiv! Du hast nur einen Fünferabschuss, weil du die ganze Zeit wie eine frische Lutsche, ne? Na, du kleine Hohre. Oh mein Gott. Oh mein, das ist ein Belgier, wisst ihr? Das ist ein Belgier. Ein Belgier, Belgier. Das ist ein Belgier. Scheiß, fritt den Lutsche. Ich, ich mag keine Belgier. Ich, ich hasse Belgier. Oh scheiße! Da kommt der von hinten! Ja, ich hab den Belgier! Ich hab den Belgier! Ich hab den Belgier! Ich hab dazu tiefe Freude. Ich hab den Belgier! Nein, ich hab nachladen. Die spielen unfair, jetzt spielen wir auch unfair. Ich schieb die Knache breit in den Arsch. Die campen, also komm ich mit der Pumper. Werfen vorne! Wechseln das Magazin! Bitte dich! So wird's geregelt hier. Mann, ich war der letzte Kehrer. Du hast nur einen Sohn, alter. Ich kack dir in deinen Scheiß. Schrecks Hals, man. Das macht er extra sein Mikro dafür an. Du bist nur einen Sohn, Drecksperger. Ich hoffe, deine Mutter kackt die Arme schon in den Hals. Ich hoffe, deine Mutter kackt die Arme schon in den Hals, alter. Rumpen so rum. Wir haben rumpen in dieser Obwark hin. Ich weiß gar nicht, ob man das im Spiel gehört hat. Doch, in meinem Stream, ja. In meinem Stream? Ja, ihr seid ja über Discord. Ihr hört nicht über Discord, die einmal kippen. Ich hab nicht gemütet. Ich weiß nicht. So. Die Leute doppelt. Die Leute doppelt. Oh nein. Oh nein. So. Oh nein. Iike Korre. Oahvakak. Oh nein. Oh nein. Die Menschheit im Spiel immer aus, wenn ich wieder stoppe bin. Nee, ich will nicht melden, ich will die Stimme. Ich will die Menschen, ich will die Leute schon hören. Ich will die Leute hören im Spiel. Ja, ich hör die ja nicht, weil... Sie möchte wieder als sehr große Schlumpe dahinter gestellt werden, du Schlumpe! Können wir nicht, können wir nicht in den Games gehen? Willst du wieder beleutigt werden? Ja... Fucking Kao! Nee, es ist auch Keegan. Keegan will dazukommen. Und Keegan ist nicht in Discord. Ja, bei mir geht's nicht, sonst hör ich euch nicht. Ich ess mein letztes Stück Pizza hier. Doch, im Gamechat hörst du uns doch. Nee, wenn ich Discord jetzt ausmache und in den Gamechat reingehe, dann hör ich euch nicht, glaub ich. Ich hab ja nur ein Headset und ein Mikro und das ist beides am PC dran. Du müsstest uns über OBS hören, weil das gehört zum Gamesheim. So, äh, stimmt. Das ist hier bei Fortnite. Mampf, 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 Mampf. Also ich guck nur, ob er, wenn er jetzt nicht gleiche auftaucht... Hört ja eine auf die Fresse. Wann mal, ich mach mal meinen... Ich müde mich mal kurz in Discord und mach mal den Spielchat wieder an. Okay. La 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 man Wolf Rohr mein erster Sub. Na la la l la 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 man muss uns ja hören. Marcel stinkt nach Fisch. Marcel macht Männer erschöpft. Da hab ich ja gerade im richtigen Moment erwischt. Ich hab... 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 Bizar 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 etcetera Bizar 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 Bizar? Bizar B-% d b-% d wood Ein solches Schlampe Ah, ich hab noch etwas proteinmilch. oh ne der spielt es sind engländer oh ne der spielt es sind engländer oh ne der spielt es sind engländer warum schreibt der kleine junge so solche kleine kinder nicht schon im bett hast du auch den set an ja ja danke ich dachte ich wäre alleine ich habe diese map noch nie spielt ja gesuchte und gestörte ich hab nicht angst da ist einer kimberley was sind wir kommen nur ich hab den falschen hier im haus ist einer das war pro skill gerade nein der ist auf dem doch rechts das war pro skill hier erlaufen 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 ja Heute wehrt ein Kind der Schuss und... Du kleine Schlampe. Woah, woah! Hört auf zu sterben. Hey, du scheiß Mücke, verpiste ich schon an meiner Pizza. Flinke Hände. Oh nein, gut auf. Ich hab den Blick. Mach's halt, er ist ganz oft rechts auf dem Dach. Hier? Ja. Ja, und sehn. Scheiß. Ach du dich dich! Ja, das wird er... Oh mein Gott, du hast doch genug Krieg in Pakistan, oder nicht? Hm. 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 Schöner ist auf deine Waffe. Oh, das ist vom PS Plus. Ich kann gar nicht fahren, komm mal zum Fein. Die Runde ist verloren. Schreien die wieder alle. Let's go! Ich hab den Weg getötet. Oh! Ich hab den Weg getötet. Du brauchst nicht so lange aufzubleiben. Ich hab den Weg getötet. Warte, du bist so dabei. Du bist so dabei. nein da habe ich den eigenen lappet dann kommt der vom dach das baby sehe ich gerade kein ach du meine fress hat er mich jetzt erschreckt kommt zurück wenn ihr zackhaare habt ihr luschen das war's not such a good thing don't think a bottle of water ich kann das nicht mal man bei mir waren zwei leute wo warst du marcel ich stehe neben der der kam von links er kommt von hinten noch eine minute in den poppers entweder regelt er das oder stirbt beim ersten schuss wir haben die ladung jetzt haben wir so ein adrc kronken noch dreißig sekunden noch zehn sekunden und in die Bindung? keine Ahnung unsere Bombe wurde entscherpt oh, verhalten wir diese Rolle verloren bereit machen für die nächste ja, der ist nicht mehr in diesem sektor also der bummen nimmt müsste eigentlich am besten geschützt werden von allen er kam wieder von hinten die bombe liegt noch 60 sekunden er hat die zugeguckt die ganze zeit das ist ekelhaft man die bombe gesichert ich gehe zu a nein kam da durchs fenster ich platziere mach du ich bleib hier ich sehe sie wie so eine kleine schlampe in der alte problem hat sie können von drei seiten er hat durch die tür geschossen der feind hat unsere bomben entschärft wir haben diese runde verloren gar kein fucking spawn Geh, er hat durch die Tür gelegt. Wo ist das Streamsnaufe? Wo ist das Streamsnaufe? Wo ist das Streamsnaufe? Fluchen und zerstören! Strage A1, ihr müsst die Zielobjekte beschützen. Vielleicht ist er noch ein Ding. Das Streamsnaufe wirft manchmal eine Bombe hier hin. Ich mag den Kern. Der weh da von hinten. Oh, sorry, mach dich weiter. Wir müssen die Drohne wegkommeln. Noch eine Minute. So eine kleine Mauer, Entschuldigung. Unsere Kontardrohne ist aktiv. 30 Sekunden. 10 Sekunden. Entschuldigung. Ste Fuck! bit! Sie sind bereit, erneut ich! Der Dominican hat die Grenze weg! Jetzt zeig ich ja auch mal anderes Bild. Wir hätten gewusst nämlich, wo er ist. Ok, jetzt weißt. ... in die Augen schlafen. Also ich habe einen Fall um. Oder ist einer von euch? Keine Ahnung, also ich gucke euch jetzt. Ich guck grad nur, ob ich keinen von denen nimm zu. Ich bin da in deinem Spiel. An alles Drascha! Beschützt die Zielobjekte! Boah, A4-Toren. Ich schwör, da spielt einer mit feinem Bogen. Hurensohn, Alter, echt, Alter. Feindliche Drohne in diesem Spiel. Ja, das ist für dich, du hässliger Hurensohn. Warte, der spielt mit feinem Bogen. Wer ist er, Daryl Dixon? Ja, der hat mich auch getroffen mit seinem Scheiß. Wer vor Regen ist. Ja. Ist da irgendeiner mit Zero oder Rosnick? Ah, da liegt der am Boden! Lepa, Ledisi, Astronik, Lipaxi, Philipp Schofield. Philipp Schofield hat eine richtig große Klappe. Also, der schreit ständig rum. Ich hole den gesamten Shit an. Der riecht sich immer auf, wenn er erschossen wird. Huuu, fuck you! Das ist mir wahr, ich riecht mich nicht wahr. Ich beleide, der kann hier nicht sein. Noch 30 Sekunden! Ich beleide auch keinen, dass die Scheiß-Buren-Döhne sind. Xenobombe! Jampok! Ich bleib ruhig! Na du Lappen! Ich habe mich gemutet auf der Flaystack. Ich höre sie, aber ich sage nicht. Ich höre sie leider nicht. Ich will nichts sagen, weil sonst werde ich wieder voll ähm... Ago! Ja, das finde ich nicht wahr. Auch, Ago ist cool! Nein! Leute beleidigen es! Nein, wir können es nicht übertreiben! Ist dein Hobby! Das andere auch, aber... Das ist eine schöne Bombe hier! Kinder verprügeln ist auch ein Hobby! Was? Was? Hast du jetzt echt gesagt, Kinder zu verprügeln? Oh, der Kim! Du! Du bist so ein fucking Bastard, Mann! Du bist wirklich ein Camper! So, jetzt habe ich mich kurz erfüllt! Nein, aber der steht da in der Ecke zu campen, wenn du rauskommst bei A. Okay, Marcel, da wo du gerade warst, guck wieder runter. Der stand da in der Ecke links. Weil ich bin rausgekommen, der hat mich sofort erwischt. Noch eine Minute! Da links, guck, das fällt, dass die Tür will wieder zu und ich habe die Tür aufgemacht. Sie haben die Bombe bei Bravo platziert! Das ist nämlich dieser Reaper! Nein, du musst es regeln! Und jetzt lacht er! Jetzt lacht er! Ich hoffe, du stirbst an A zu, hässlicher Hurensohn! Die sind ja gar nicht! Ja, es ist der... Hauptsache der Hund rät aber noch! Was war das? Du liebst sucking Chupa Chupa? Halt die Fresse! Was? Du liebst sucking, was? Chupa Chupa? Ich liebe nicht deine Hobbys! Ich muss nur diesen Knoten! Ich schick's echt nicht! Ich muss nur diesen Knoten! mehr schicken, was ich nicht mitmachen bin! So kann ein Boss der Dove Moll oder was? Ja, der Traum! Mein Laserschwert steht hier! Ihr seid nur neidig. Ich habe auch ein Laserschwert, das nennt sich Black Saber. Ich habe auch einen Black Saber. Okay. Was ist Trash Streaming? Gute Frage. Nicht das, was wir machen. Ja, aber wir machen es super komfort. Das nehmen freundliche Erhöhungen. Kann man auch gepasst haben. Ja, immer, ja. Also, hallo, wir hunden den Dingen am Stream. So freundlich, wir holen Mika. Dann lebt nicht ein neues Hunde. Mika, das ist bestimmt eine Sache, wenn wir zwei zu singen. Bei was? Du weißt bestimmt mehr Sachen, wie den Dingen an euch zu zoomen. Vom Fluch von hier. Ah, ich weiß nicht, okay, ich weiß nicht. Was ist das? Ich geh noch in den Fluch, Bappo. Hanno, weißt du? Ihr kriegt auch den Kopfes versäuert für den Kopf. Du kannst denk, Mama, aus der Flit schlapp. Nee, das wird's. Ihr kriegt den Kopfes versäuert. um auch ein erwischt Zeit für ein Party zu sich ja, man weißt du, wann hier eure Menge Fummen hast sowieso stinkt Marcel nach Fisch du stinkst nach Fisch also ich hab entschieden, lieber Stream dass man nach Fisch stinkt dass Marcel, dass Marcel, also Quokka 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 schnurzelfurz na, alles klar ähm, stinkt nach Fisch Maul How much is the Fisch? How much is the Fisch? Genau oder so ähnlich Wir haben das gemeinsame Team in der Fisch Wir haben das gemeinsame Team in der Fisch Wir haben das gemeinsame Team in der Fisch Ich werde ich gerade nicht, die Musik ist auf einmal so laut Da macht die Musik leiser Ja Sag dem Rest auf laut Warum? Ach du weine Fresse Echt 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 Schönes Schlüpperknoten Du weißt schon Dich hören die alle Ja In der Party Wollte nur nachfragen Hallo guten Tag Hör auf jetzt reden Servus Gelato Da heißt einer Nut Brown Und Peppo Hehehe Bestätigt Verbesserte Drohne im Einsatzgebiet Echt Das ist immer das gleiche Ich bringe immer die Franzosen in den Verlegenhäufer Die sagen Hütte im Orange Da sag ich immer Ja ich weiß ich bin ich dunkel Was? Oh Gott er war so schlecht Das ist ein französischer Humor Das ist ein französischer Humor T'es marrant, ja ich weiß Ich weiß Ja da muss man Marcel erklären was er heißt Was? T'es marrant und das heißt auf französischer Filme Du bist witzig Aber Maron kann auch stehen für Kastanie. Dann sagen die Leute zu Beppo, t'es Maron und dann sagt er, ja ich weiß. Er ist eine Kastanie. Ja, der wächst das besser, wenn man ein Französischer spielt. Aber Maron ist ja auch eine Farbe. Oh mein Gott, die kommt zu dritt hier. Scheiße. Ich wurde von allen Seiten gesandwiched. Von wo kommst du denn? Boah, du Wichser. Fühlt sich cool mit deinem Schild. Du hattest doch auch gerade ein Schild. Ja, weil ich dem anderen sein Schild weggenommen habe. Ich hab dich von hinten genommen, du Wichser. Über uns ist einer. Ich f*** die mit ihren eigenen Waffen. Ich nehme mir ein Schild. Ich f*** die mit ihren eigenen Waffen. Ich nehme ihr Schild und tötet sie nochmal. Ich hab Gelato gerade getötet. Gelato. Das ist noch nicht mehr. Urrat. Urrat. Mehmet. Feistliche Drohne aktiv. Ich hab hier mein Mikro aus. Wieso? Mikael ist das umgeben von lauter Granaten. äh, lieb die Bombenstimmung ja, Mann, schießt doch sofort mit dem Tim, den da okay, Gelato sitzt da an der Hecke ich nehm mir den jetzt unsere Drohne umkreist das Gebiet er war hier zu fix dieser Pflicht, dass er mich gar nicht gesehen hat der wollte Kims Arsch oh, du mit deinem scheiß Schild ja, das ist Gelato es wird Zeit, dass wir Gelato nochmal abspielen wir nehmen uns nur die Waffe und quälen die das machen wir wechsle das Magazin du nervst mich mit deinem Schild wechsle 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 hier wird sich nicht gebrückt kleine mutter mission erfüllt, gute arbeit ah guck ich hab ihn gefickt wow gulasch geil ja jo ich hab aus ihm gulasch gemacht Tim, ich bin ne kleine reiche 10 operatoren mit kampfgewehren ich hab auch zu meiner favela leitung ich kann nicht sprechen, ich bin ein roboter satteln nicht Gah, 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 gah. Boah, was hab ich hier? Ein Kampfgewehr? Was ist das? Kampfgewehr. Was ist das? Oh, ich spiel gegen die SWF. Einen kompletten Clown spiel mir. Machen wir sie nass. Sturmgewehr. Was muss ich da machen? Stürme machen. Nein, erreiche 10 mit Kampfgewehren. Muss ich da jetzt... Was ist ein Kampfgewehr, eine extra Waffe? Zehn 1. Eine Ladung beim Zielplatz. Du hast die Ladung gesichert. Ja, müsst ihr mir nachher werfen. Das ist neben dem Sturmgewehr. Das ist gut. Und du denkst, ich würd wissen, wo das ist? Na, wenn du ne Waffe auswählst, ne andere. Ne andere Sturmgewehr. Ich hab meine Slots, ich nehm immer meine Schlotsch. Einer rennt hinten bei uns im Spawn, glaub ich. Mist. Ja, hat er mich noch gekriegt. Ist das euer Ernst jetzt? Home came, du regelst das alleine. Es sind nur vier Geekchen. Du hast die Waffe gesichert. Du hast die Waffe gesichert. Du hast die Waffe gesichert. Ich mobb den kann ein Junge noch sagen. Es mobbt denn jetzt nichts, ne? Der kann jetzt nichts zur Tür. Ich bin da. Ich bin da. Ja, nehm. Ich bin da. Ja. Ich bin blazt anommer. Sche. Pfff, schwarzt. Das ist eine große Merde. Oh, er hat mich erinnert. Er hat mich erinnert. Ich mag erinnert. Oh, das ist erinnert. Oh, das ist erinnert. Ja, ja, das ist erinnert. Ah, die franzais. Ja, die franzais. Fresh, fresh. Also, wir verstehen die franzais in den streamen, aber wir glauben, dass wir uns nicht verstehen. Und wir sagen immer noch was. Und wir sagen immer noch was gegen uns. Ah, weil wir jetzt alles über uns über uns über uns, weil wir wissen, dass wir nicht die franzaisen. Ich hoffe, dass wir nicht so gross sind. Ich hoffe, ich hoffe. Ich bin auch franzais. Ich bin auch franzais. Aber ich finde, dass die franzais und anglisch sind sehr sexistisch und rassistisch. Ich habe nie gehört. Entschuldigung, aber ich spreche nicht. Ich spreche mit meinem Schild. Oh, von hinten. Jetzt liegt es bei dir. Nein, es hat jemand mit meinem Schild geschrieben. Ohlala. 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 Oh, wir sind immer ein wenig aggressiv. Ohlala. Ohlala. Ahlala. Ohlala. 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 Ich finde das extrem scheiße immer die Eltern mit rein zu ziehen, muss ich sagen, tut mir leid, hat einfach nichts damit zu tun. Meine Mom, meine, ja, meine Mom hat gar nichts damit zu tun und sie immer zu beleidigen, weil ihr nichts anderes könnt. Das ist das Letzte vom Letzten. Ich finde das sehr schrecklich, dass die Leute immer zu sagen, dass unsere Eltern nichts damit zu tun haben, weil unsere Eltern nichts damit zu tun haben, und immer zu sagen, dass sie eine Mutter ist, das ist ein Problem, weil unsere Eltern nichts damit zu tun haben. Der Problem ist, dass die Mädchen immer zu tun ist, dass sie die Idioten sind. Ja, eine Minute. Ein Problem ist, dass die Mädchen immer zu tun ist, dass sie in die Küche machen können. Sie haben die 3,6 Jahre, oder 15 Jahre. Das ist die Generation Anti-Tate. Hey, das ist ein Anti-Tate, oder? Das ist eine gute Momente. Für mich ist es egal, zu sagen Dinge mit den Eltern, weil sie nichts damit zu tun haben. Und für mich ist es nicht möglich. Ich habe noch 30 Sekunden. Ich werde jetzt sagen, dass sie jetzt ein paar Dinge machen können. Ich werde jetzt sagen, dass sie alle alle sagen. Aber ich finde es genial, dass sie das zu tun haben. Aber ich finde es toll, dass sie das zu tun haben. Ich finde es toll, dass sie das zu tun haben. Aber ich finde es toll, dass sie das zu tun haben. Ja, ich finde es 중요, dass sie nicht so schwer sind. La Garson ist immer sehr, weil sie einfach nicht so schwer sind. Soche gerade sind alle die Leute. Ja, ich werde das tun. Ja, ich habe schon eine Frau gantet. Ja, genau dass sie immer so schwer sind. Ja, ich habe immer wieder als auch gemeint. Ja, wir wissen, dass das so toll. Ich bin sehr agressiv. Ich bin froh. 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 Das ist auch nicht. Ich kann nicht mehr. Der Kaktus aus meiner Eis. Du fühlst mich nicht mehr. Ja, Kaktus check! Rappauf! Du verstehst mich. Ich tappel Blue, das ist es einfacher, aber du m'entend. Du weißt, ich habe vor, ich hatte Juju, ein garter, und ich werde sie wieder provoquer. Und ich glaube, Beppo wird sie helfen. Ja, 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 ja. Ich werde sie insultieren. Ich will sie nicht insultern, ich lasse mich auf ihren Niveau, aber trotzdem, ich liebe sie. Dein Gruppe des Spiels ist fun und sympathisch. Es wurde gesagt, dass ihr sehr sympathisch seid und witzig. Danke. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Ja, Cocktail Shack! Danke, Bubis, danke! Das ist ein serbischer Cocktail. Der Rien. Weißt du, der Rien? Der Rien, das heißt, gern geschehen. Sicherer im Bereich verbündete Drohne im Einsatz. Der Rien, ja. Gar nicht. Ich switch das ja gerade in zwei, drei Sprachen. Ich will sie nicht insultern, ich will sie nicht auf ihren Niveau. Ich bin Fisch, ich bin im Wasser. Oh, da haben wir einen Baguettlutsch erwischt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie er spielt. Der Mann hat gesagt, das ist das Problem des Internets. Das ist schlecht, und dann spielt er auf sie. Das ist Englisch, ich weiß, dass Französisch gut ist. Aber sie sind... Aber sie sind... Aber sie sind... Ich weiß nicht, dass ich permanent bin. Ich weiß nicht. Nein, aber... Das sind auch die Leute, die wir sehen. Ja, das ist ein Problem des Spiels, ein Problem des Spiels. Das ist ein Problem des Spiels. Das ist ein Problem des Spiels. Das ist ein Problem des Spiels. Was ist das kleine Süße Baguette? Exakt. Ah, du verstehst du. Du verstehst mich. Du verstehst mich. Ich hoffe, du bist nicht ein Mann. Das ist vielleicht ein Spiders für euch. Wir haben einen Sieg herum. Wiederholen wir das. Hmm, wenn ich jetzt ein truc mache, er wird kreieren, dann würde ich nicht sagen. Aber ich habe komplett woanders, ey. Leute, weg sind. Es war einfach hinten bei denen im Sporn. Wir suchen und zerstören. Ah, jetzt hat er gesagt, ich kann meine Mutter beaten. Er hat gesagt, ich soll Geschlechtsverkehr mit meiner Mutter haben. Du hast die Ladung gesichert. Ich bin ein Transgender, wenn das okay ist. Du kannst sein, was du willst. Es ist nicht für mich, dass ich etwas mache. Ich habe einen Wegschuss. Ich akzeptiere den Menschen. Nein, der hat mich erwischt. Marcel, hier bei mir. Der kleine Nuttenbengel. Im Wasser weiter. Diese Runde ging verloren. Macht euch für die nächste. Ja, aber Marcel wurde von hinten genommen. Wir brauchen einfach ein komplettes Magaziner da drüben. Saber 1. Eine Ladung beim Ziel platzieren und zünden. Du hast die Bombe. Ja. Entschuldigung. Kevin war gerade hier. Nix. Kevin. Also sie sind auf unseren Streams. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Na ja. Schön. Der eine hat nämlich gesagt. Oder er hat ein Problem mit mir. Nein, der hat mich gesehen. Oh, der hat nur auf mich gewartet. Scheiße. Es ist ja riesig. Nein, der hat mich gesehen. Ich bin zu früh rausgegangen. Und du zieht montiert. Ich hab' den anderen. Du hast den anderen. Nein. Du hast dich! Du hast den anderen. Du hast den anderen. Du hast den anderen. Du hast den anderen. Geht. Das ist interessant, weil ich nicht... Ich weiß. Du hast den anderen. Ich weiß. Und du hast den anderen. Das ist einfach soo. Du hast den anderen. Du hast den anderen. Das ist einfach soo. Es ist einfach supero. Forts zu holen. Nein. Okay. Das ist interessant, weil ich nie... Ich weiß nicht, ob es in französisch ist. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Das ist interessant. Ich weiß nicht, ob es zu sagen, ob ich meine Leute. Ich weiß nicht, ob das nicht so schön. Ich weiß nicht, ob es zu sagen. Das ist meine Leute, die sind so schön. Das ist die erste... Ja, im Fass, das sind die zwei. Deima, danke für den Rage! Danke, danke, danke! Wie geht's Ihnen da? Hast du entstanden, wie er komplett ergriffen hat? Ich habe ihm ein Kompliment gemacht und er hat ihm gesagt, ich soll meine Mutter bekommen. Ich bin der Süd, in der Südland. Ich bin der Südland. Ich bin der Südland. Ja, ich bin der Südland. Das ist das. Die werden jetzt gewinnen? Die werden jetzt gewinnen? Die werden komplett se verraten. Das ist cool. Sie gucken, sie gucken, sie gucken. Wie geht's gut? Sie sagen ja, wo ist die紅ste? Sie hören nicht doch. Sie hören nicht doch. Sie hören nicht doch. Sie hören nicht doch. Das geht... Ich weiß nicht, warum ich die Brüte trinken kann. Das sind... Das sind Mgolus, das sind solche aus dem Café. Das sind die Gäste. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist für mich... Ich bin froh, dass sie keine Banalen pflücken müssen. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich mache mehr Krise wegen der Menschen. Das sind Menschen, die nicht glücklich sind mit ihrem Leben. Sie kommen hier, um zu spielen. Und als sie ein Spiel gemacht haben, sie fühlen sich gut. Wie teuer kostet überhaupt der Pass hier? Hä? 2000 Euro, glaube ich. Das sind so 14 Euro oder 15 Euro. Der Niveau ist genau das. Das ist genau das. Das ist genau das. Das ist genau das. Das sehe ich nicht mehr, keine Ahnung. Das ist genau das. Aber spart dir das Geld für einen Battle Pass, dann würde ich lieber Mb3. Ich glaube, bei Beppo ist die Frage nicht vom Geld. Nein. Entschuldigung, dass ich... Entschuldigung, dass ich das jetzt versorgen. No flex. Nee, ich brauche nicht zu flex. Die Kim macht das schon für mich. Ich habe jetzt Geld. Oh Gott, ich habe einen Sub bekommen. Ich habe es überlebt. Ich bin verletzt. Nee, du bist nicht verletzt. Lüge nicht. Oh Gott, Ben, was hängst du hier an der Ecke? Ich habe nicht gewogen. Wechsel im Magazin. Ich muss nachladen. Die haben mich erwischt. Feindliche Drohne aktiv. Boah, ich habe mich noch nicht gekriegt. An der da. Was kampfen sie heute? Schon die zweite wurde schon. Wenn der noch eine scheiß Granate hochgeschwürzt! Also ich habe gerade ein Gespräch im Anschluss, ähm, mir wird gerade eher das Transgender-Prinzip erklärt. Ich habe gefragt, ich habe gefragt. Ich will gerne wissen, wie, wie sie das, also wie sie herausgefunden hat, dass sie eher ein Typ ist. Es soll gar nicht sein, weil ich, ähm, mich nicht wegmache. Kleine Huber. Ich habe die Traduierung, äh, Traduierung. Mann, eine Lektion auf dem Boden, Mann, wie so eine Fußmatte. Nein, ich habe nachladen. Scheiße. Ja, natürlich, du Loppe. Hinter uns. Hör auf dich hinzulegen. Ja, die kleine Schlampe. Ohne, verlass das Einsatzgebiet. Hey, King, wie geht's da? Lass dich für die Raid nachdenken. Halt dich in Drohne über uns. Ziel ausgeschaltet. Halt dich hier vorreden im Einsatzgebiet. Kannst du nur die Leih Qualität zu machen. Oh, was geht es mit denen? Schlau, Laien. Ist überall. Was lebe, Martinen? Was geht hier nicht? Nächste, wo ich schon leuer gesehen habe, ich erzähle Buhl-Ladung an den Arsch gestopft. Okay. Traduier das an meine Pots. Ohlala, das ist ein bisschen... Ohlala, das ist ein bisschen... Ähm... Ich verstehe das nicht. Ich habe nichts gegen sie. Aber ich finde, es ist ein bisschen... Ich kann es nicht erklären. Warte. Es ist nicht, dass ich gegen Transgender bin. Du findest das nur übertrieben, wie sie sich aufführen. Ja, aber ich finde, sie erklärt das ihr jetzt ohne... Dass das der Böse rüberkommt. Wie gesagt, es ist nicht meine Entscheidung, es ist nicht meine Sache. Aber... Wechsel im Magazin! Kontakt! Ey, da ist ein Team, das kommt ständig zu dritt. Naja... Die vertreten sich gegenseitig entspannt. Tschüss! Wir sind ein bisschen weg. Keine Dase hin. Du bist durch die ganze Zeit gerüttet. Nein, auch Quatsch hat sie gedrückt. Nein, ihr klei ne... schlampe. Na, ich will sie ja nicht lernen, wie das hier das Spiel zu retten ist. Und sie spiegelt nicht. sind beide nebeneinander gerutscht und haben uns im rutschen getötet eine duschlampe oh hör auf dich hin zu legen ich habe ihn gesehen ich habe ihn gesehen er ist hier ohlala und jetzt ist er da ich liebe es also wenn die so müde sind dass sie sich ständig hinlegen müssen dann müssen sie ins Bett gehen dann liegt er auf dem auto da ist man da ist man muss nachhaben die haben dich erwischt ihre Vorladung und oh ne ich wegsägt sie scheiße Absolut gefällt wir werden schwer getroffen Aaaaaaaaaa naaaaaa krieg ich ihn nicht SInnen 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 Mission kompromittiert wir wurden besiegt ich konnte ihn sehen aber er konnte mich sehen ist klar wo ist die logik wo ist die fucking logik guten danke bitteschön das ist nicht ja 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 ich werde von erst mal quick streamen nicht ich ja 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 mit aller Bedrohungen enthalt. Meeeensch. Boah, da stand der noch hinterm LKW, aber... Him, du bist ein Discord-Mute. Ja, weil ich gerade auf Französisch rede. You think who can kill me and get away with it, bitch? No, I kill you. Ich bin gerade mit Französisch. You keep trying! The fact that they keep trying to kill me is funny. It's hard as I was in the case. Kryptix, you need to not be muted, dude. Yeah, let me head first. I wasn't- No, I missed! Fuck! What is three of us in this chat? Wow, that's crazy. I'm dead. Oh, I'm safe. Nice. I have an ISO-Roto there, bro. ... ... ... ... ... ... ... Ich bin ein Camposflumpe Ich bin ein Camposflumpe Ich bin ein Camposflumpe Ich bin ein Camposflumpe Die Charakter sind so f****** annoying Explode, explode ? Das ist ein Camposflumpe Der Umlande ist mythisch Scheiße, ich muss es schiessen Ich muss es schiessen, ich Pfeuze Ich muss es schiessen, ich muss врust Ich muss es kommen, ich muss es Ich muss es kommen, ich muss es Meerasse Es ist die Schnauer I'm above you Fight to And I'm using a crossbow You can't really be you can't be really saying that I'm using I am using a crossbow I'm running I'm running I'm running I'm running Let's go Oh Ah Oh, okay. Ich bin der Fall. Du hast eine Karnata. Was ist das denn? Ich bin der Fall. Oh, nein. Niii. Oh, mein Gott. Okay, das, dude. Fuckin' campin'. Nee, der Stift ist ja nicht. Fuck you. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Ich bin bei dir. Blendgranate geworfen. Ah, scheiß, den Zwitterner schnittet. Unsere Drohne umkreist das Spiel. Die Schuld ist beglechen. Was? Ey, yo, Krill. Ey, yo, Krill. Fuck off. I'm not using my main mode out, so shut the fuck up. Yeah. Hell, that is so low. Sonic Junior. Scheiße. Wo kommt der? Oh my god, like all of your teammates meet you. Ich bin getroffen. Was geht? Nee, tut mir leid. Ich rede hier grade. Sie erklärt mir grade, wie sie sich das angefühlt hat und alles. Und ich hab' ihr auch gesagt, dass ich halt, ähm, dass ich ganz gut als... Ich will nicht so dargestellt werde. Und das, was ich euch halt immer sage, dass es mich nicht interessiert, sondern eben, wie sie wollen und gut ist. Aber sie ist ganz der Meinung. Und sie versteht uns. Sie hat auch gesagt, ähm, es ist ja auch nicht deine... Ich hab' ihr jetzt auch geantwortet. Das einzige was eigentlich wichtig ist, ist, dass sie glücklich ist. Der Rest ist eigentlich scheiße. Ja. Und wenn sie glücklich ist als Fuchs, der bei diesem Herd läuft, dann sollen sie glücklich sein. What the fuck? Nur mich nicht. Oh, da, 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 da. Wechsel im Magazin! Oh, da, 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 da. Ah, das ist ein Gehirn. 1, 1, fertig. Das ist, das ist ein Gehirn. Sie hat gesagt, unsere Alte, sie ist sehr witzig und sympathisch und sie würde öfters ein Gehirn. Jaaa, Luis, dann. Jaaa, Luis, dann. Na ja, noch ein Ding. Oh, no, Jacob is not German. Hallo, alle. Oh, fuck you. Fuck you. Luna is German. I can learn... I can learn German in 30 hours. I'm trying to learn German is easy. Learning German is easy. Oh, wenn man einmal hat, der schreibt, dann... What the fuck? Bitch. You can see me? Finally you have eyes. Or Mika Maschine. Oh, Mika, rab den den Denalforti nicht zu kriegen. Ich pack die ganze Zeit dieser Kack Franzose ab, Alter. Ich hab den aufgekehren, natürlich. Ohne, dann wird der Mann zum Körper mehr hat sich den Krieg. Bitch. Dann läuft er hier. Geflügt du die Gegend. Was bist du denn? Mika Maschine. Wuuu. C´est bien parler avec toi. C´est Andreas. Geflügt de Mika Maschine. Wo sind die denn allah? Wuuuuu. Ade. Oh du scheiß Holländer. Du bist tot. Marcel das ist ein Holländer. Ist kein Franz trainier. Ich glaube nicht. Verbündeter VTOL im Anflug. Stehe unter die Recken geschossen! Der Fickst ist auch schon in der Bank. Verbündeter VTOL im Anflug. I've watched it happen. I'll tell you that, man. Ah, ich fühlst dich doch mal. Nur von der Neue. Okay, dead. I'm staying behind me like a little... Ah! Mission erfüllt! Wir haben ihn aufgerobbt. We windows! Ja, da. Ich hab ihn mit. Man, das wird so wie Bombo ist. Ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Oh, WTF? Oh, es ist wie zwei Tage. So, kann mir jetzt jemand bitte erklären? Ein Kampfgewehr. Ja. Geh mal auf Waffen. Ja, auf Waffen. Das sind die anderen Gewehre. Kampfgewehr ist die zweite. Kampfgewehr. Ja, die zweite Klasse. Ah, ne Tuck. Zum Beispiel. Tuck wie? Ich spiele jetzt mit der Zeit mit ner Tuck. Oder ne Lachmann. Ich spiel grad die Tuck 5. Das Set aus dem Prime. Prime Gaming. Hab ich die jetzt, oder? Ah, ich hab ja nur jetzt noch einen. Wie kriegt man diese Sache von Prime Gaming? Ich glaub ich hab auch Prime Gaming. Äh. Prime Gaming Loot? Einwesen. Ja, du kannst die, gehst ja Prime Gaming und du kannst dann einfach gucken, ob dein Spiel, wo du willst, wo du Loot geht. Dann geht es entweder, kannst du direkt Loot kriegen oder du kriegst einen Code, wo du dann musst bei MW auch gehen oder bei ein anderes Spiel auch gehen. Da sind wir unterschiedlich. Okay. Die Tür von zugemeldet, passt bei hin. Bei MW geht das automatisch. Bei Depperei musst du zum Beispiel einen Code eingeben. Ja, bei Genshin und Honkai musst du immer alles eingeben mit Code. Bei League of Legends geht es automatisch. Bei Call of Duty geht es automatisch. Call of Duty Mobile geht über einen Code. Ähm. Alter Scroll geht automatisch. New World geht auch automatisch. Ich glaub ich bin bei Prime Gaming, aber. Ist ja auch Amazon Prime. Ja. So Prime Gaming. Bei der Seite. Und irgendwo, sorry. Call of Duty Mobile. Wo ist das? Ich schwör gibt es noch Leute, die Pokémon Go spielen. Ja. Call of Duty. Aber ich finde, ich finde nur zwei Stück. Ich finde MW 2. Ja, du musst MW 2 nehmen. Ja. Weil der dann noch das Mobile. Fahrer des Abends Paket? Ja. Das ist bei der Waffe, die ich jetzt drauf habe, wo äh. Die muss ich mir nehmen. Die Farbe finde ich geil. Ohne Inhalte im Spiel. Ich schwör, ich muss mein... Ich weiß auch nicht meine Sachen von... Muss du gleich nur das Spiel neu schlagen. Irgendwie. Ja ne, ich weiß auch nicht. Ich muss alles rein. All meinen Kaffee. Wir kommen mit ein. Wir suchen und zerstören. Wir suchen und zerstören. Amt der paranormal sind die Zielobjekte schützen. Zybernmo, danke für den Follow. Ich habe den Namen das bestimmt sehr falsch ausgesprochen. Zy... Zybernmo... Fack mich. Die Spügel ist gefickt. Okay, zugegangen. Es ist spät, ich bin müde. Aber danke für den Follow. Seh dich Marcel. Hi. Hallo. Linke Hände. Hm, ich hab linke Hände bekommen. Letzte Minute. Er ist im Haus. Welchem Haus? Ähm. Moment, irgendwann. Ja, wozu ich gestorben bin. Er ist im Haus, wo? Hier. Also ich bin, ich bin tot. Ich hab den Lappen gefunden. Ich hab den Lappen gefunden. Ich hab den Lappen gefunden. Der Lappen ist tot. Ich muss das mit meinem Activision verbinden. Richtig. Und du glaubst, ich würde mein Passwort wissen? Wieso weißt du den nicht mehr? Ja. Ja, weil... Habt ihr das Passwort für überall dasselbe? Nö, ich hab für jeden Account ein anderes Passwort. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bist du Luxemburger? Bist du Luxemburger? Ich frag nur. Der Wichser hat ne Cremor dahin gestellt. Scheiß Opfer. Nett. Feindliche Drohne in der Luft. Boah, ich renne hier wie ne Wälder. Ja, man macht Zeit, hat er jetzt richtig Angst bekommen. Warum? Ah, du kleine F... Es ist noch eine Minute. Ah, das hab ich gejuckt heute Morgen. Du kannst doch keine Frau her schießen. Die wollte mich anreifen. Es ist in Ordnung, Marcel. Versucht ihr den Arsch. Hab ich schon. Ich will keine 6000 Benarfen zu sein bekommen. Was? Muss ich das auch noch machen? Natürlich. 30 Sekunden noch. Gib von auf. Zulassen. Ah, weiß ich mir, Amazon fast. Amazon. Amazon. Das wär cool. Wiss, äh. Für all Zeitfolgs durch oben. Als einfach nur die Nummer von der Set. Nein, ob kommt das zu mir. Nein, ob kommt das zu mir. Wird an mein Spiel geschickt. Seid bereit für die nächste. Woh, ich muss gleich mal neu starten, danke doch. Ah, ich muss das jetzt nicht. Ist voll in seinen Schuss gelaufen. Was denn ich? Kannst du mal in Kapp gewährst? Spielen. Alle anderen, die Zielobjekte verteidigen. Wuh, wuh, wuh. Wuh, wuh, wuh. Ich muss nicht mit vollem Mund schluck zu werden. Ja, sorry. Schluck hinterlassen. Zuerst schlucken, dann reden lassen. Ja, schlucken, dann schlucken. Ja, ist doch nicht witzig, wer noch ein Spuck danach, oder? Nein, da steht ein dritter da, fixer. Oh, das ist ganz hässlich gewesen. Ich bin nur... Ich bin falsch. Ich bin falsch. Warte, Mikasa. You missed that. Feindliche Drohne über uns. Mikasa? Ha, 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 ha. Sie haben die Bombe bei Bravo platziert. Oh, Mikasa, den haben wir verloren. Seid bereit. Dener ist arm. Nein, ich habe ihn gesiehen gesprungen. In your face. Das ist richtig geraafed, Mann. Dener ist arm. Seid, schlitten. Das ist schlitten. Das ist scheiße. Das ist schlitten. Du hast keinen... Die wollte ich... Die wollte ich mal im Gesicht holen. Haha, da krieg ich einen Koffen aus. Haha, da haben wir uns erzählt. Die wollte ich nicht wissen. Die wollte ich nicht wissen. Haha, die wollte ich nicht wissen. Haha, die wollte ich nicht wissen. Vor allem KMH. Wieder mit dem Gesicht. Das ist ja voll... Das ist ja voll... Das ist ja voll die Pädophilie, oder? Ja. Ja. Nein, das ist besser. Nein, das ist besser. Ich schwör, ich lauf hier übertrieben öffentlich. Ich weiß, dass du da in der Ecke stehst. Oh, ja. Ha, ja. Oh, 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 ja. Da wo die Bombe liegt. Das sind drei Stück. Noch zwei Stück. Der Feind hat einen Maschukörper gestartet. Noch eine Minute. Diese Lachen. Boah, die haben wir schon. Ist schon ein Gegner, oder? Oh, ja. Oh, ja. Die sind oben auf dem Dach. Auf dem resten Gebäude. Ja. Heute in der Nähe! Achtung, dieser Sektor ist... Aber pass auf, da wo die Bombe ist, direkt rechts auf dem Dach siehst du eine kleine Ecke und da sitzt einer. Noch 30 Sekunden. Direkt rechts. Sag das nochmal. Direkt rechts. Rechts. Siehst du den Schatten? Hast du gesehen? Rechts. Thanks. Rechts. Zehn Sekunden. Ich bin bei der Bombe. Diese Runde ging verloren. Seid bereit für die nächste. Ja, Marcel, das war ein richtiger... Oh, mit Dings. Das waren wir. Wir lassen... Wir wollen dein Spiel sehen. Was reden sie da, junger Mann? Ruchen und zerstören. Jungen Mann hat mir gefallen. Junger Mann. Der ist fast Opa! Was, 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 was? Was, was, was laberst du da, Alte Mann? Du schützt mich, ich hab die Bombe. Geh mal nie nah! Scheiße. Geblendet und gewaped. aber marcel er ist dabei sie zu entschärfen ich weiß nicht ob marcel schon geantwortet hat aber es ist noch einer links fast gesehen wir haben verloren also marcel bitte ich habe die bombe platziert du hättest aber ein bisschen mehr arbeiten können das war mit sehr viel liebe platziert und du warst nicht mal im stand sieht wir haben gesichert wir haben die stunden im hintergrund du sagst nicht mal deinen zuschauerern nein kommt der lappen mit seiner pumpe da um die weg ich hab Angst mir läuft jemand hinterher ich gehe zu a wer kommt mir zu a wir sind ja war mal über die oben auf dem linken dach bei A liegt einer von Kim aus ist das Rest ist da Ladung am Platz der Countdown läuft Prozedur kletterup gehs ablös er wurde gerade runterklettern und ich wurde hoch du hast einfach deinen kopf in seinen Arsch gesteckt aber die bombe ist immer noch da oder auch nicht er ist Mikasa er ist Mikasa Akamara woher zu mir geht Mikasi und äh ja hey Lorenzo ja aber die Sache ist die die hat hier bei den Spitznamen Beppo Marcelo Mikado Mikado oh du kleine Hure tschuldigung also manchmal liegt auch mit dem Ton an den Tag du Wichser also Lorenzo äh Feuer Marcelo mal bitte ein bisschen an Eeee Lorenzo, kannst du mir mal sagen was was zur Zeit mit Twitch los ist ey ist er richtig tot ich bin gerade dabei dass die leute sich anfeuern also sei nicht so negativ und arbeit ach du meine fresse du schweinebacke ja stimmt stimmt jetzt gewinnen wir weil wir die einzigen auf der welt sind die nicht da sind komm du regelst das er will entschärfen die kleine ruhe ich bin die kleine ruhe kippen der war zu abgelenkt vor den beinen die waren sehr beharrt ich stehe halt auf knie da flippe ich aus so warum bist du nicht auf der games kommt habe ich jetzt freigeschaltet ich habe den tagen konnte ich habe irgendeine waffen ach man halt doch die backen ich werde einen ich könnte immer noch gehen aber ich gehe am samstag mit ich gehe am samstag mit der ist jetzt der vor Monten ja was ist das Volte da sowieso die Trimax und all die sind momentan nicht da weil die sind ja aber Kevin was is wild go lop it that's my puppy alive deswegen ist das so gut oh mein gott habt ihr das gesehen das war übel schnell ich bin ich mit Mit anderen Sachen, die Scheiße. Mit Lutsche. Früher hatte ich, glaube ich, ohne Witz, ich hatte Künze von anderen Taten, das ist nur, um die Presse zu halten. Kaugummi, eins nach dem anderen. Jetzt kommt die Äh, kannst du den Knatsch noch am Meter? Oh, ähm. Aber nee, stimmt. Ja, das meinst. Wuba Wuba. Ja. Da ist Wuba Wuba. Hallo. Machst du's Wuba Wuba? Ich hatte mal die Blurbeeren. Ich hab mir einen kühlen Getafe ausgedrückt. Aber so ist es nicht wichtiger, dass die Anlage da drin funktioniert? Verständlich. Es ist nicht wichtiger, dass es da ist. Was? Was gibt's noch? Gib Monte. Gib Monte. Wechsel das mal an. Ja. Ich komme jetzt in den Barschen. Barschen, Barschen. Schals Spanier. Monte wird mein Hirn. Ja, weil er rein schießt. Nein, es hat... Ey, jetzt ohne Witz, okay. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Es hat nichts mit dem Barschen zu tun. Ja, ja. Monte gefällt mir. Monte ist ein... Er sieht aus wie ein Peller. Okay, sowas mag ich schon mal. Und äh... Es ist einfach seine Art und Weise. Keine Ahnung, dieser Mensch ist real, okay. So ne falsche... Falsche Schlacht. Ja. Ne falsche Art. Ja, Lorenzo. Ja, Lorenzo. Wenn du mich besser kennen würdest, würdest du... Würdest du unsere Liebe verstehen. Also, Monte und Mann. Dann würdest du wissen, dass Kim einfach mal auf Schroermann nicht bei... Oh nein. Oh nein. Du gehst nicht so Monte. Oh Mann. Was heißt hier, wenn ich ne Bedäubung zu hätte? Du gehst mir ja mal richtig auf den Weg. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Monte und ich sind schon... Oh shit, sind wir... Ich hab echt Angst, falls ich es wirklich... ... diese eine Millionen Chance habe... Oh nein. Und es schaffe... ... dass Monte diese Scheiße sieht. Da ist viel Autospielen einfach. Aber... Und dann denken Monte sich so, dass... ... was... Verschlippt mich denn nicht? Was ist... Erreich ein Operator... ... mit Kampfbewerden. Einmaligen Puppen. Ja Juni, bleib mal hier. Der scheiß Spanier. Der geht mir so auf die Nerven. Ja, Mann, Mann. Aber der hat auch gegen die Pest gekämmt. Ja da, was haben wir? Ey, haben wir auch. Man, ich will jemanden fetten Kopfschuss verpassen. Schau mir her. Aus der Hüfte schießt noch. Das macht's mir zufällig schön. Und die Meldung Cheetah. Hier. Wie hat sie das denn? Kein Plan. Magik. 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 Sicher. Magik. Was bist du für ein Loppe? Hmhm. Oh Mann, das fände ich mir eigentlich mit Kopfschuss geworden. Das war ein Kopfschuss. Oh Mann, das fände ich mir. Oh Mann, das fände ich mir. Entschuldigung. Aber ich hab... Aber ich hab... Und ich sah nicht aus der Hüfte. Das war's. Pures Können. Das war's. Oh, Scheiße. Das fände ich mir vorne in der Luft. Oh, diese Spanien. Was ist das denn jetzt? Nein, Digga. Ja. Ja. Was ist das denn? Was ist das denn für den Gameplay? Aim on Point, oder was? Aim on Point, oder was? Aim nine Point! Was ist denn da? Nein Wir haben das Nein Nein Nein, das ist auch ein Punkt Also normal, wenn ich mich dreimal im Kreis drehe und in die Luft schieße Ich hätte das Nein 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 Gelato? Ich sag nicht Ich sag nicht Ich sag nicht Ich fände deine Adresse Ich komm zu dir nach Hause Ich tue dir weh Ich tue dir weh Ich kann mir sagen, Gelato Das ist keine Drohung Das ist ein Versprechen Sie kack dir in den Hand Oh Gott Ihr müsst mal sehen wie schlimm ich hier bei meinem Wie ich hier bei meinem Mikro bin Das ist gut Wie richtig so Also Ich weiß nicht, ob du den Film mit Leibnissen gesehen hast Aber ich werde dich töten Das ist nicht Okay Okay Weil in der Ruhe liegt die Kraft Was macht die Halle hier bei meinem Scheiß Was macht die Halle hier bei meinem Scheiß Was macht die Halle hier bei meinem Scheiß Dann guckt euch jetzt nicht ekelhaft Dieser Kill von mir Das verletzt meine Gefühle Lorenzo Das ist nicht mehr Grüß Grüß Na Ich bin Ich bin In den Rücken Ja Positive Quote Nur mit RPG Ich glaube ich habe jetzt alle Aufgaben Oh nein Jetzt sind noch welche da Erreiche 8 Operator Kopfschüsse. Erreiche dreimal ein Operator. Ah, deswegen spielen die alle mit Claymores. Das ist eine Aufgabe. Ich muss eliminieren einen Operator mit der letzten Kugel in deinem Magazin. Oh mein Gott. Ja, wenn ich als König der Lustheit ein Ewigen nenne, ist dein Aimer. Lust, König der Lustheit. Lust, König der Lustheit. Komm mal bei dir. Ich bin ein bisschen verpeilt, muss ich wissen. König der Lustheit. Mann, ich spiele Fortnite mit uns. Er ist ein Typ, ne? Er ist kein Transgender. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, dass ich wusste. Lorenzo, identifizierst du dich als Baum? Ich bin heute ein Toastbrot. Bisschen zu wenig. Bisschen zu wenig. Was ist denn das jetzt? Ah, bisschen verloren hast du gesagt. Wait, call it. Right. Bisschen verloren? Er ist nicht ein bisschen verloren, er ist übertrieben krass verloren. Na klar, das ist ein Harschback. Du hast untertrieben. Okay. Ich muss was sagen, die russane Waffe von Nicki Minaj sieht schon nice aus. Ich will die haben. Schenkst du mir die Beppo? Hast du nie die Minaj gekauft oder was? Nee. Achso. Ich überleg's mir. Beppo ist sie. Beppo ist sie. Ich will auch. Ja, aber Beppo ist mein Fall. Was? Ich geh mit Beppo essen. Ah, erinnerst du mich morgen dran, als ich regieren muss? Äh, ja. Ich mach voll Lern für's mir leid. Mach nächstes hier. Besuchte und gestörte. Ich hab hier so geile Bonbons. Weißt du von Kuh? Kuh? Nee. Wie hängt sie da? Ähm, Tisu, weißt du wie die kanadische Glas kamen? Ah, okay. Weißt du mir hier mischt da mit Gu? Tu? Und vielleicht mit Fran. Weißt du in der Mitte? Ich stammte normalerweise zu Bach drängen? Ja, Moment, das noch davor. Oh, was macht ihr denn schon wieder? Ja. Hier schrägelt das. Ich war zu sehr an meinem Bonbon drin. Oder auch nicht. Boah, ich hab mir gegen den Arsch getötet. Schande. Hör auf die Leiche zu Schande. Ich hab grad so brutal in meinem Bonbon drin. Wie du was in deinen Bonbon tritt. Noch eine Minute. Hör auf deinen Bonbon zu. Du hast es verstanden. Du hast es verstanden gespielt. Linke Hände aktiviert. So Marcel hat grad wieder. Ja, das klingt high an die Stimmen. In Fortnite bin ich der Oberluste. Kein Problem. Irgendjemand muss ja meinen Platz einnehmen. Gibt Gummimasse, ich muss pinkern. Bombe gesichert. Bombe gesichert. Ich brauche ihn in der nächsten runter. Das ist Nikotin. Ich hätte halt das machen. An alle Jäger. Die Bombe wurde platziert. Auf Detonation warten. Das reicht. Ich gehe ganz schnell auf die Toilette. Der kommt von da. Wie konntest du sterben? Ist nicht wahr, ey. Und der Ladung wurde entschärft. GG. Die Runde ging verloren. Nein. Komplett veräumt, Alter. Das haben wir alle gelebt. Der ist einfach schon 840, Alter. Was wir brauchen. Habt ihr überhaupt ein Leben, ey? Nö. An alle Jäger. Platziert eine Ladung am Ziel und zerstört es. Der bekam von seiner Mama nöt das Spiel. Wir haben die Bombe gesichert. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Wie sieht's aus? Nein. Wir legen die Bombe bei Alva. Sie sind auf der Brücke. Wir legen die Bombe bei Alva. Wir legen die Bombe bei Alva. Sie sind auf der Brücke. Und hinter uns im Spauern. Tim, Marcel hat es verkackt. Er hatte es fast geschafft. Du bist vor mir gestorben. Du bist viel dummer gestorben. Trotzdem musst du zuerst geschauen. Ich, ich muss jemanden zum Geburtstag wünschen heute. Zum Geburtstag viel Glück. Ich frage, ich überlege gerade, ob ich ihm eine Sprachnachricht machen will. Ich frage, ich bin da. Der Feind hat unsere Bombe entschärft. 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 Die Runde wurde verloren. Seid bereit für die nächste. Surprise, die Jusse. Der Feind hat unsere Bombe entschärft. Aber auch ein Grohner Schlang. Das war doch noch actor zu hören. An Ali Jäger. Sprengt das Ziel ums Poge-Perspektive. Aktiviert. Feindliche Krone aktiv. Du hast die Bombe. Ich dachte schon, eine herzliche Antwort, wovon ich noch gar nicht geschrieben habe. Ich habe gesehen, als du schreibst. schon mal danke geschrieben ich würde nie sein geburtstag vergessen weil wir haben den selben tag geburtstag ein läuft der mir voll in die fresse die letzte minute mit der mal auch noch der spiel mit vernünftigen die fernrohr irgendwann fresse ich noch mein mikro ganz tief rein die runde ging verloren keine runde gewonnen auch wir haben auch unten gewonnen und ich habe ja auch seit ein paar Wochen nicht mehr gespielt, ich nehme das jetzt ein für als. Entschuldigung. Genau. Ich war gerade mehr beschäftigt in meiner SMS als hier. Ja, sorry. Wie wünschst du deinen Freunden denn vor über 10 Jahren? Gar nicht. Per WhatsApp. Gar nicht. Ich glaube, seit ich ihn kenne, habe ich noch nie ein Jahr vergessen, ihn zu wünschen. Wir haben ja eigentlich auch noch kein Wochenende. Guten Tag an jedem, der im Schritt ist. Gute Nacht. Äh ja, nicht guten Tag. Die Runde wurde verloren. Seid bereit für die nächste. Hallöchen Mo. Ich war abgelenkt von ihren Titten. Wo ist das erste Mal im Chat und was macht der? Du bist scheiß. Suchen und zerstören. An alle Jäger. Sie werden voll oder gar keine Drohne in der Luft. Was steht das denn? Irgendwas mache ich falsch. Ich glaube, ich muss mir echt auch mal Titten wachsen lassen. Man sieht. Marcel, wo siehst du meine Titten? Das ist einfach nur, weil du eine Frau bist. Und Frauen haben Brüste. Das ist das Blashalsband. Feindliche Bombe bei Bravo. Ich wusste das nicht, aber meine kleine Schwester hat auch eins an. Kleine Ratte. Was? Du schmeißt, kannst du gegen machen? Ja. Du brichst meinen Controller durch, Alter. Marcel, du wartest vielleicht auch zu sehr drauf. Du willst es vielleicht zu sehr haben. Weißt du, dass die Leute die Träger haben? Nein, hab ich schon nicht gesehen. Ich bin die ganze Zeit, die Leute reinfolgen und bei mir halt kein Schatz reinkommt. Ja. Ich meine, mir ist es egal, aber ich 10 Follower habe. Jetzt passt es. Ich lache ja echt nichts anderes. Ich lache ja echt nichts anderes. Ne, ich weiß. Aber es ist halt der Vorteil einer Frau. Rufen und zerstören. Jäger 1. Ihr müsst die Zielobjekte schließen. Ja, wir verlieren einfach 5-0, 6-0, wie auch immer. Ne, die Hunde gewinnen wir jetzt. Haust den Finger oben. Dann wird man nicht loben. Ist der Fluch oben? Ist der Fluch oben? Die eine Ratte, die läuft da ständig. Nein! Alles klar, Alter. Ist komplett los der Scheiße, eh. Wo ist der Letzter? Wo ist der Letzter? Wo ist der Letzter? Wo ist der Letzter? Dann muss die Bumbe gehen, weil da liegt die Bumbe. Die Bumbe geht da die Linke. Ja? es ging um ein ums allgemeine bestimmt auch das phänomen lorenzo kommen guck meine ob ich tippen zeige und dann sagst du das davon kommt ich guck mal was kommt jetzt meinen tippen gucken oh ja da sieht man es ich mich nicht schäme so jetzt ja so so fragst du nicht die erlaubnis von kevin ich muss mich doch doch echt schäme siehst du haben wir eine runde gewonnen ja aber jetzt ist die mühe schon drüber gespacht unsere drohne umkreist das gebiet wir haben die ladung also schlafen hier schon drüber ja schlafen die hühner weil der mika steht mika beschützt mich ich bin dort soll ich platzieren die bombe bei bravo ja bombe platziert perimeter einrichten das ist ein öhn am heiß da ist ein fenster da durchgelaufen 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 oh links fuck man das ist durchgelaufen come on wir packen da wir packen da easy runde gesichert weiter zur nächsten gleich schnell ein kette ich bewege mein stick immer zu voll deswegen veraim ich immer ich habe sie eigentlich los zuerstören jetzt hast du jetzt böses über mich und meine mötze geredet ich habe gar nichts böses gedacht spreng das ziel um zu gewinnen ich habe halt nur gesagt dass es halt so ein bisschen deprimierend allgemein ist dass wir beide zusammen streamen machst du halt in fast jedem stream zwischen 1 und 5 oder 1 und 10 Follower und dann sitzt so einer wie ich daneben und macht herfahren und dann sitzt so einer wie ich daneben und macht herfahren und dann sitzt so einer wie ich daneben und macht herfahren so weißt du das hat ein bisschen nicht gemeint darum geht es einfach nicht vielleicht bist du den leuten nicht sympathisch genug das ist jetzt nicht böse gemeint das mag sein wie gesagt das war nicht böse gemeint das war nur eine frage aber ich habe ja auch nicht ich habe ja auch nicht ich habe ja auch nicht Entschuldigung mal du so dummer Fenster wir kommen oben an der Fenster ja wir sind aufgesprungen wir sind ja nicht wichtig ist auch für mich dass Leute halt ja so wie du zum Beispiel Lorenzo du schreibst halt immer rein es ist halt aber es ist kommt halt es hängt halt davon ab weil guck ich habe heute wieder drei Leute die haben erst einmal gar nicht reingeschrieben mhm ich habe im Mittlerfluss verkleiden so viele Follower ja siehste es kann auch sein dass ich zu wenig Content habe also es kann auch noch was hast du jetzt in den letzten 30 Tage gestreamt COD und wie oft an alle Jäger die Bombe wurde platziert auf detonation ja mal guck solche Leute wie Elias die streamen jeden Tag stimmeln lang hinter uns nein test-snipe hat mich einfach weg ach der P zu zweit aber nochmal gut aufgenommen auf gut ja Lorenzo zu Halloween mach ich auf jeden Fall auch ein Verkleid mit uns ich habe erst überlegt wie ich jetzt groß wäre es vor verkleinern aber da sagen ganz viele dass man mich dann durch die Masse nicht sieht so das ist halt ein bisschen gesetzt ja dann bist du wie dieser wie Mochi 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 von 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 also ich bin ich bin nicht da also ich mach jetzt nicht also ich kann mich als Katze weil ich hab sowieso Verkleidung als Katze ich geh immer eine rauchen ich hab's gar nicht Katzenlinsen Jo ok Na gut, Schatz, Schattig rein ich mach's das doch gut immer positiv denken Dankeschön Lorenzo freut mich dass es dir wenigstens gefällt ok muchas gracias por favor was streamt Lorenzo denn? ich freu'n bis Lorenzo was streamst du am meisten? ich bist doch nicht ich mach zum Kanal Geburtstag wieder nen dicken Weihnachtsmann so wie letztes Jahr so wie letztes Jahr ist das nicht das Bild was du auf deiner Autogrammkarte hast? fifa und Formel 1 spielte am meisten Lorenzo vom Matterhorn also Lorenzo vom Matterhorn also ich muss sagen das ist ja How Met Your Matter How Met Your Matter ist meine meine Komfortserie immer wenn ich krank bin wenns mir scheiße geht seh ich mir How Met Your Matter an nimm den Ball fifa die Sache ist halt die fifa gewinnst du übertrieben viele Zuschauer ja aber ich spiel halt kein fifa so ja aber wie dumm es auch klingt ja siehst du hat's da über die Sache ist die fifa rockt mega krass ich hab auch schon überlegt fifa zu spielen weil ich hab fifa auch gespielt aber halt erstens fifa alleine zu spielen finde ich doof ja ich spiel halt auch nur Spiele die mir Spaß machen so ich spiel nicht Spiele weil die grad im Hype sind oder weil ich dadurch eventuell viel mehr Follower generieren kann ich spiel Spiele die mir Spaß machen so CUD äh aktuelle Texas Trains & Massaker dbd oder Fortnite zum Beispiel macht mir dieses Season überhaupt keinen Spaß also spiel ich das auch nicht ich stream das auch nicht auch wenn ich dadurch mehr Follower kriegen würde guck mal wie ich sie sehe ähm Lorenzo hat 2020 angefangen zu streamen gell und wenn du jetzt guckst nicht böse gemeint Lorenzo wenn du es jetzt guckst er hat erst 577 Follower ja Elias war innerhalb von 2 Jahren auf seinen Millionen meinst du ich bin einfach mit den Games groß geworden ja ich auch ja auch ich würde auch äh GTA San Andreas wieder äh zocken so so wie viel gibt es jetzt wo wir dabei sind 23,70 Euro echt immer noch ja aber es wird schnell weil 24 24 24 24 24 24 24 24 24 und das Titelbild und das Titelbild vom 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 Spiel mehr ändert sich doch bei FIFA gar nicht oder doch nö die Spieler ja ja die werden nur aktualisiert aber die drei Spiele ja du musst du musst du musst du musst halt voll uh Technik wurde vorgestellt du musst halt ähm ach haben sie Frauen jetzt reingebracht oder was ja uff respekt war es bei 23 noch nicht drin oder was ne ne wow wir haben 23 Jahre gebraucht um Frauenfußball reinzubringen zu bringen ey ey Alter es ist halt auch nicht es ist halt auch jetzt EA FC nicht mehr EA Spot also das Spiel ist halt jetzt komplett anders ja trotzdem ey die haben 23 Jahre gebraucht ich mein es gibt Frauenfußball waren auch nicht so lange wie den Männerfußball aber safe schon über 10 Jahre 10,15 Jahre safe oder noch länger drüber naja also ich ich nehme also ich werde dann äh wahrscheinlich ähm FIFA ähm 24 zock guck mal braun und Männer in einer UT Mannschaft zusammenstellen das geht auch krass ey ja da haben sie ja wenigstens mal eine sinnvolle Erinnerung reingebracht ich war früher ich war früher so so drin im Fußball und alles ne das hat mich so übelst interessiert aber ich damals auch durch mein Zielfaller der hat mich daher reingebracht immer auch die Kanini Sticker scheiße und ich hab das gefeiert weil mein Papa ist ja jetzt hoffentlich werden mir jetzt nicht 20.000 Menschen in Form gehen aber mein Papa ist FC Bayern München äh mitläufer alle Erfolgsfans ne mein Vater war schon von Anfang an und mein Papa ist auch niemand der sagt äh äh die gewinnen jetzt nicht jetzt geh ich rüber zu Borussia Dortmund ne 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 mein Papa der geht mit denen unter ja der sitzt mit denen im Feld er ist auch immer so Jungs da haben wir nicht gut gespielt den einzigen Spieler von Bayern den ich mega sympathisch fand war Oliver Kahn alle anderen kannst du dir drunter trägen ja Oliver Kahn war aber dumm wie ne Nuss war aber mit der beste Torhüter ja guck dir das Schweinsteiger war auch gut ja der war auch gut früher Ballack zu dieser Zeit das war 2006 da waren so ja Oliver Kahn Zeiten ne jetzt haben wir ähm wen haben wir boah ich muss ich weiß es nicht mehr ich würd jetzt nix sagen wo es heißt du siehst ein Mädchen sie hat keine Ahnung ähm ich hab auch keine Ahnung vom Fußball was meinst du was Wochenende bei mir äh auf der Tango immer läuft nachdem ich arbeiten bin oh Gott ja da läuft auch fast nur Fußball so und wenn da irgendwelche Kunden reinkommen boah hast du das gehört am Radio ich so ja ich hör da nur auf dem halben Ohr hin weil sie interessiert mich vom Fußball nicht ich deutsche Adlerträger so die Sache ist sowieso ich bin ja Französin und wenn du unsere französische Nationalmannschaft guckst ähm ja du denkst halt es wäre eine Nationalmannschaft aus Togo oder Kamerun ja sind alle Branche Afrika aber die sind das sind halt Franzosen das sind echt Franzosen ja ich hab letztens so ein Meme gesehen irgendwie äh französische äh Nationalmannschaft 1998 oder sowas keine Ahnung äh französische Nationalmannschaft 2023 ich glaub wir haben zwei oder drei schwarze äh weiße ohne rassistig zu sein in Deutschland ist auch nicht mehr alles deutsch was da in der Nationalmannschaft ist ist auch alles eingekauft ich find sowieso ich find sowieso das aller lächerlichste ich bin wieder da was gerade läuft im ganzen Fußball Ding es tut mir leid ich werd jetzt gesteinig aber Ronaldo ich kann den Kerl nicht haben ich mag ihn auch nicht weil er Portugies ist er hat er hat viel Gutes gemacht muss ich sagen seine Frau ist auch ein richtig guter Mensch aber warum er so er ist nicht arrogant gegenüber für seinen Fans oder so und den Kindern aber er ist ein Stück Scheiße gegenüber von einem anderen und das find ich nicht in Ordnung ich bin mir noch immer sicher dass er schwul ist ne der hat auch Frauenkind ja und dann? ja schön man Frisur ist verheiratet hat zwei Kinder ist aber von Grund aus schwul und das weiß auch seine Frau echt? ja und er macht er macht Chikichiki mit ihr? ne er hat nur die Kinder gemacht weil er wollte in Familien leben und äh seine Frau weiß auch dass er mit anderen Männern schlafen geht aber sie sieht das auch nicht als Fremdgehen ja er hat es ihr ja gesagt sie weiß ja Bescheid ja ok ob er sich geigelt hat wo er mit ihr gepennt hat und die Kinder gezeugt hat mit Chikichiki? ja Chakachaka da bist du nicht allein danke Lorenzo danke ähm ja manchmal also manchmal machen sie ja Chikichiki und es ist noch gut ja ich will das Wort jetzt hier halt nicht sagen ich versuch weniger so ähm du kannst es ja fachlich sagen ne ich versuch weniger so vulgär zu reden Geschlechtsverkehr das ist fast das ist sehr politisch korrekt ausgedrückt die wollten die haben halt die manchmal fällt ihnen das sogar auf während dem Chikichiki mhm mhm Chikichiki komm Leute ich muss ich muss 30 zuschauen ich versuche 4 dazu ich bin schon drin ich weiß Beppo ich spür dich scheiße ich bin gestorben was bist du wie ein Lappen mit deiner scheiß gewehr oder pumpe was auch immer Beppo ich freue mich auf das Essen am Samstag ja hör auf auf mich zu schießen sie haben mich erwischt ich würd Mika ja auch fragen aber der Junge ist 16 nachher meint er mal seine Mom noch ich würd ihn entführen oder so vernaschen ne mir gehen jetzt nicht sonst nur wird Mika mehr egal mir gingen das schon mal zu ell egal ich weiß nicht wie ich den Mom oder wie ich den Alter rüber prägt Beschuss wer ist da los? war eins voll lachen oder? wir müssen als eh stünder Schrift für Signaltrück kregen das ist jetzt schon im Saison wird weder kleine Bruder wir Signaltrung müssen aber in der Korb gehen ja die müssen in der Schrift dass sie auf die Neilsflucht werfen feindliche Kontradrohne in der Luft feindliche Drohne aktiv passt das schon da genug für dvor wo ich weiß nicht wie ich weiß nicht wie ich kann nicht wie ich kann nicht wie gesagt Mika ich will die Scherremot wo wohnst du? ich bin zu wemisch ich bin zu wemisch ich bin zu wemisch ich bin zu wemisch von mir aus der Fall von mir aus der Fall ja wir müssen ja aus der Staat sonst wo und schmütig sind wir zu wemisch feindliche Drohne im Einsatz ah ne ich will noch kein Killer vorhabe sagt Zingmul gestürbe was lieb ich muss nochmal die Kräme ne mir serio wenn sie willst Mordgummi geht das kein Problem ich muss das bescheid tun feindliche Drohne über uns den alten den alten Feindfrohnen boh ich komm ich meine ganze Dinge auf die gebompt grade feindlicher Luftflag bei Eure Position gebt die Rücken der komm meine Schwester ist ja auch äh 19 du bist ne Schwester äh 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 der schärfschützen sie ist ja auch erst 19 Warum erfährt man denn ein Jahr später, dass du ne Schwester hast? Ich hab auch zwei Brüder, Marcel. Ich hab auch zwei Schwestern. Du hast mich das nie gefragt. Du hast auch nie erwähnt. Ja, warum denn? Achtung! Nimm dich! Wir können uns nicht wieder einladen, aber fahr das jetzt, dass du auch noch ein bisschen mehr Familien teil hast. Nicht Blut. Adoptiert. Marcel, nicht Blut. Ja, Halbgeschwester sind auch Geschwester. Ach, keine Halbgeschwester. Stabrill! Pflegegeschwester. Der älteste von unserer Runde ist Jan. Jan ist jetzt 38. Was? Andy ist 30. Ich weiß nicht. Ziel ausgeschaltet. Ich weiß nicht mal, ob du bist. Ich hab eine Halbgeschwester. Guck, das wusste ich auch gar nicht. Ich hab eine Halbgeschwester. Verstanden. Ich gebe dir Deckung. Bepo, hast du Geschwester? Zwei. Was? Ich hab zwei Schwestern. Ja, ist so. Zwei Schwestern. Ja. Ich hab eine Halbgeschwester. Ich hab eine Halbgeschwester. Ich hab eine Halbgeschwester. Ich hab nur einen. Ja, den Besee von der Truppe steht auf dem Tisch. Ja, ja. Dein Bruder, den Ogru. Ja, ja. Ah, den am Hundergrund. Ja, wo er den Tisch übersteht. Ja, 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 ja. Also Kevin hat eine Schwester. Aber wir reden nicht. Ja, ja. Ja, ja. Ich stehe unter direkten Bischof! Falls es jemanden interessiert. Oh, ey. Mehr von zwei Seiten. Dylan hat einen Bruder. Das weiß ich. Lade nach! Keegan, glaub ich, hat eine Schwester. Verbündeter Marschflugkörper, wer hat sich im Ziel. Oh, Nick, Nick hat auch eine Schwester. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Nein, hat er mich noch gezählt. So viele Informationen. Keine Ahnung. Ich liebe nur meine kleine Schwester. Meine Scheiße. Falls du das siehst, du bist scheiße, Alyssa. Du weißt es aber auch. Mein Beste ist Andy. Andy ist mein. Alle Andy sind cool. Ada ist der Beste. Hayos, danke für deinen Raid. Vielen, vielen Dank. Ada und ich. Das ist, das ist Liebe. Magazinwechsel! Ich würde dich gerne shot outen, aber ich hab leider das Comment noch nicht. Ich krieg das nicht eingestellt. Shoutout zu Kaios für den Raid! Wuuuuh! So, ich hab's gemacht. Vielen, vielen Dank. Lade nach! Und Kaios, Zuschauer, willkommen beim Streamen. Willkommen im Irrenhaus. Scheiße, und warte dann gehen sechs Granaten hier neben mir los. Voll in die Fresse geschossen. Komm Beppo, bewegt deinen Po. Ich hab ein Knackasch. Ja, aber der war vorhin. Der ist eben. Der Kerl, der, der, der Mika-Army. Ich weiß, ich hab einen enormen Arsch. Wir stehen beim Test-Stream erst mal facecamen. Uh, und ich hab das verpasst. Speicherst du deine VOD? Alter, wer hat den hier sechst? Sechste Magazin! Sie haben nicht geflogen! Nein! Tenna ist, Tenna ist auch geflogen. Ich war so wuuuut. Ich schnur ohne. Auch wenn's nur ein Test war, trotzdem vielen, vielen Dank. Ich hab meine Kiegel geklaut. Ich hab meine Kiegel geklaut. Komm hier ist das, da kriegst du Streit. Das ist normal. Warum jetzt nicht? Ich hab meine Motte. Ich hab mir ja sicher. Du musst nachladen! Boah! Das ist ja die Vorladung! Boah! 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 Hey, mich kriegt er noch, ey! Halt doch nicht, nein. Wechsel im Magazin! Boah! Oh, dein Machfluch kopf! Halt! Halt! Wo hat dein Machfluch geschnappt? Was? Wie viele Kugeln frisst der Hurenbänkel? Alle. man legt dich in die schlafen das hätte böse ausgehen kann die führung gehört und lade nach steht der neben mir ja sieg Sieg! 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 Anales Halo! Mission erfüllt! Warum schreit du so? Da hat gerade fast nur ein Wort gefehlt. Anni so, Sieg! Ich distanzier mich von allem, was Marcel gerade gesagt hat. Ich hab dich nicht heil gesagt. Ja, 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 ja. Hätte ich jetzt auch so gedacht. Nein, nein, ich distanzier mich davon auch. Mhm, 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 mhm. Ich hab keine blunden Haare und keine blauen Augen. Ich schon, deswegen... Ah, da ist er! Ich auch, nein. Aber darf ich auch kurz einer rauchen gehen? Jo. Ja. Muchas gracias. So, ihr könnt euch gerne mit Kajos und Lorenzo unterhalten. Genau, also Marcel stinkt. Nach Fisch! Also Marcel stinkt. Also, also Kim kannst du auch was anderes daraus sagen. Also Marcel stinkt. Alles nur, weil ich einen kleinen Puller habe. Aber der stinkt halt wie groß er da. Marcel stinkt viel. Ich stinkt, ich stinkt viel. Kann man auch wenig stinken? Ja. Drei Vierte. Ja, man, man kann, man kann ungut riechen. Ungut riechen, okay. Okay, ich mach euch Musik an. So... Что? Also... Marcel... Ulrich Yoch... Wie überleg mir was? Habtar irgendwie ein Musikpunkt von irgendwie? Wie ... Ich mach mal Fung und Fungke ist der Fisch? Fungke ist immer gut. Fungke ist immer gut. Fungke ist immer gut. Fungke ist immer gut. Ja, guck, der arme Junge hat gelacht wegen Kopfkino, weil Marcel da irgendwas von der Bockwurst und dann an dem... Ja, also Lorenzo, ich kann dir erklären, okay? So, was gleich. Ich bin viel mit Männern befreundet und ich hatte... Lorenzo, Lorenzo, du musst das jetzt zuhören, okay, weil du wirst dich halbtot lachen, okay? Und einer, einer von diesen Männern hat eine Baguette vergewaltigt. Was? Eine warme Baguette. Ich weiß nicht. Also, Simon, es ist weder Mikado hier, noch Beppo, noch Marcel. Aber, ja, der hat halt seine Bockwurst in eine warme Baguette gesteckt. Ja, wieso nicht? Aber ich frage mich, bis heute, frage ich mich das ohne Scheiß? Tut das nicht weh? Naja, ich hoffe, er hat sie nicht von außen gewapet und nur das Innere. Aber tut das nicht trotzdem weh? Vielleicht hat er ja eine Vorhaut. Also, ach. Koppkino, Koppkino, Koppkino. Au, 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 au. Oh, mir tut das... Ah, ich kann mir das nicht vorstellen, aber das muss doch wehtun. Es gibt Typen, die sich eine Stange reinstecken. Eine Stange? Und das von vorne, jetzt nicht von hinten, von vorne. Das muss doch wehtun. Ja, ich hab nur Schmerze, wenn ich sowas sehe. Das ist grausam. Warum, warum, warum steckt ihr euch das da rein? Ich mach sowas nicht, ich find das nicht geil. Hey, Pascal, ich schwarz geworden. Ah, nein, das ist ein Stuhl. Ich bleib mit Marcel's Musik ab. Ich hab noch nicht geil. Guck zum Beispiel, Kim Lohm am Algorithmus. Und ich lauter Leute an der Empfehlung. So, 29, feier, feier, 22, 15. Ich bin schon 182, 10, 137. Ja, weil so alt die Größe als Follower sind. Schon eigentlich ganz wenig Größe, mehr kleiner und nicht bei mir an meiner Lust. Ja. Ich weiß nicht, wenn einer von uns mal Munde hat oder so. Das ist eine hässliche Fresse, die ich sehe. Warum bist du nicht mehr im Spiel? Was soll das? Was soll der Scheiß? Boah, ich bin immer noch im Spiel. Nee, der, der... Wer? Ne? Du. Echt? Ja. Das ist ja noch am Spiel. Ich bin noch im Spiel. Aber, aber dein Bildschirm sagt, du bist nicht mehr im Spiel. Ja, doch. Das ist, wenn ich auf meine anderen Fenstern rüber swipe, dann geht das Bild weg. Alles klar, Kajos. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke, dass du da warst. Ich habe immer Cell streamen hier die geilste Geschichte überhaupt gelesen, Mann. Und ich kriege gar kein Feedback. Du bist also geschrieben. Alles klar. Ich gucke mir das nachher an. Was wollt ihr von mir? Wer? Darf ich einen kleinen Flex geben? Mir? Ich gebe einen kleinen... Nee, ich gebe bei mir einen kleinen Flex. Ich habe heute einen Kommentar bekommen zu einem von meinen Geschichten, die da im Internet stehen. Und da hat mir eine Leserin dahingeschrieben, dass sie noch nie so ein gutes Buch gelesen hätte. Ich will das auch lesen. Könnt ihr mir ein bisschen? Schick einfach den Link. Ich lese mir das durch. Schick mir den Link und ich lese mir das durch. Ja, aber ich wollte es noch umschreiben komplett, ehe ich es euch weitergeben. Aber wenn sie schreibt, sie hat noch nie so ein gutes Buch gelesen. Ja, vielleicht hat sie auch noch nie ein gutes Buch gelesen. Ja, das ist bezweifelig. Sind Broschüren auch Bücher? Keine Puppen von Büchern. Und ich habe den Kommentar gelesen und ich habe ein bisschen Trämen... Wollen wir das nicht auch mit einem Twitch-Comment machen? Shoutout... ...out... ...at... 198 Stunden muss ich drehen, dann habe ich das nächste Achievement. Mit 50 Stunden. Ich nehme mich mal kurz als Versuchsobjekt. Ja... Ja, aber... Ja, 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 ja. Ja, okay. So eine Woche machen wir das. Ja, ja, ja. Ich dachte, das Twitch kann man... Warum schreien die immer so in dieses Mikro rein? Ich check's, ey. Keine Ahnung, ich höre die nicht. Ich bin bei 6500 Zuschauer. Die reden immer so. Die reden immer so in das Mikro rein. Das ist so, wie wenn mein Chef über das Mikro ausspricht, dann glaubst du, der würde das Mikro ganz tief reinnehmen. Kasse 3 wird gebeten, zu der Kasse zu kommen. Ne, da gehst du... Das Auto mit dem Kennzeichen ist gebeten. Das ist sehr oft bei uns, diese Aussage. Ich habe ja früher in einem Kaufhaus gearbeitet und da musste ich das immer machen. Der Rote Nissan ist gebeten, mit dem Kennzeichen, ist gebeten, sein Auto bitte wegzufahren. Und da muss ich das auf Luxemusik, Französisch, Deutsch und Englisch sagen. Und auch auf Portugiesisch, wenn ich gekonnt hätte. Unsere Kunden, äh, also unsere Kunden scheißen drauf, wenn die ausgerufen werden für ihr Auto. Ja, ja, ja. Ich... Oh, so... Ich wollte einmal in einem Samstag... Samstags waren wir immer alleine. Ich habe nur, ich habe nur Hitmarker gemacht gerade, Alter. Ja, ich habe es gesehen, du schießt nur und der andere dreht sich gemütlich um und knallt ihn dann ab. Samstags waren wir immer alleine, Beppo, und dann wollte ich so machen, so, ähm, einen Cheeseburger bitte mit... Es stimmt da jetzt mit denen schon wieder nicht. Ihr wird wieder beleidigt. Ich weiß mittlerweile, wenn er hustet. Nein, der hat mich im Contain. Ich öffne mich Marcel. Ich habe einen mitgenommen. Ich hätte die zwei mitnehmen können. Ich hätte die zwei mitnehmen können. Was ist der denn wie eine Leitung? Eine Latenz von sieben. Lorenzo, ich habe dir hier diese Traumgeschichte erzählt und gegner, erst das. Nein, ich habe mich nur gekriegt. Nein, ich habe mich nicht verletzt. Nein, nein, ich habe mich verletzt. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Wer schreit da mit wem denn? Ah, die sind alle in einer Gruppe und schreien sich an. Shut the fuck up. Meet me, I don't care. Shut the fuck up. Du bist scheiße. Nein, du bist scheiße. Ihr beide seid scheiße. Die schreien sich gerade echt alle in der Gruppe an. Richte deinen Schutzbereich um die Zielobjekte ein. Dieser Bubz hat gesagt, mute mich einfach. Schwör. Ähm, Beppo? Wir mischen uns jetzt ein, okay? Ja. Ohhhh. Du bist der Lopper. Nein, er ist der Lopper. Ihr beide seid Lopper. Wir mischen uns jetzt ein für alle, okay? Wir entmuten uns jetzt. Ich mische ne scheiße mit. Oh ja. Ja. Entschuldigung. Hier ist ne Muskiken. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Wer war's? Du warst. Jetzt, 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 jetzt. Warte, warte, ne. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wir werfen GG, Guys rein. GG, Guys. GG, Guys. I hunt you. Okay, I hunt you down. Das ist so. Das macht mir ein bisschen Angst. In diesem Sektor. Du hast die Bombe. Ich hab die Bombe. Die Feinde haben eine Kontradrone eingesetzt. Oh, ich hab Voldemort getötet. Du hast seinen Namen gesagt. Oh nein. Und Dupes hat mich. Du, Dupes, Dupes ist nicht glücklich mit seiner Gruppe. Oh nein. Ich schwör, schwör. Marcel, Marcel, entmute dich. Und wenn, wenn sie jetzt, äh, dann sagst du, GG Dupes. Ich bin entmutet, aber ich hör die halt nicht. Ah ne, sag GG Dupes. Weil die anderen hassen ihn. Ich sag das jetzt. Ich sag das jetzt. Oh nein. GG Dupes. Must be high, bro. So fucking noobs. Du bist aufgerastet. 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 Ich hör die halt nicht. Das ist so kacke. Der eine hat sofort gelacht. So GG Dupes. Der eine machte, ähm, fucking, fucking, irgendwas fett kramt. Keine Ahnung. Der redet eh nur den selben Schein. Wenn er noch eine Granate auf mich wirft, dann krieg ich den Herzen. Fucking Scammer. Uh, Mikado hat Dupes getötet. Hallo Mikado. Come on Mikatinho. 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 Da ist einer hinten. Hast du deine Füße gesehen? Jetzt sein Kopf. Ja, aber Mikatinho hat's nicht gemacht. Mikatinho. Ja. Klingt sogar besser als Mikatinho. Noch 60 Sekunden. Ich weiche ihn jetzt nur ein bei Discord. Kaum Coca Cola geregelt hat. Ohhhh. Soll dem Auto erst wieder abfüllen. Hahaha. Du darfst seinen Namen nicht sagen. Nur weil er keine Nase hat. Das ist nicht gut. Marcelo. Du darfst nicht. Nachher holt er sich Mikatinho. Hahaha. 30 Sekunden. Dupes ist dann Dobi, nehme ich an. Der Samdex ist voll am Lecken. Kann jemand Portugiesisch? Äh, no. wir können nicht. Vamos. ... gemacht. haha Ich kann ihn nur beleidigen nach vorne. Haha, schon. Hahahaha. Noch 10 Sekunden. Das ist ein Dägen, was ich gerne vorbekommen. Anale Trager. Ladung platziert. Auf Detonation warten. Jungen. Ich kenne auch keine richtige Beleutung. Ja, ich kenne auch keine richtige Beleutung. furcht das heißt weiter mag ich mich die 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 Die... die DG... GG guys! Du kennst doch mal... Woll das, na... Danke für den Follow! Danke! Der Follower war nur wegen dem... Ja, süß! Nein! Der hängt im Torbogen! Oh mein Gott! Wie? Ich hab den nicht getötet! Das... also das war gerade aim des Todes! Das war alles wegen Joker! Joker, das war deine positive Ausstrahlung! Danke! Der Filmdeck ist ne Nulli! Sag ich doch! Wer lebt denn jetzt noch? Micatino! Oh, ich weiß Micatino! Jetzt gewinnen wir! Micatino macht das! Ich bin ein paar Wurzeln, ich bin ein paar Wurzeln. Ich bin dabei! Keiner hat irgendwie Kamekameha gesagt. Haben wir jetzt den Groß dabei? Was ist alles? Alles wegen Mikatinho. Mika, hallo, ob sie provoziert. Du machst dich sauer, Mikatinho. Ich finde, du wolltest mal. Du wolltest nur, oder? Du wolltest nur. Mann, der ist scheiss. Der ist wirklich krass. Du solltest bestimmt lang dahin. Jetzt hast du ein Stück die Bobo gefangen. Wollen wir uns noch? Ich lach zu viel. Mikatinho. Das ist krass. Komm Kamekame, du Rehschildad. Bambus! 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 Bambus, bambus, fresh bambus, 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 come on guys, buy my bambus, you need bambus, yes, I sell bambus, ngoz, you need bambus, no, 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 okay, now, go to your Taiwan bro, come on guys, you need Bambus, Das ist krass. Das ist aber sein Twitch-Sphere. Wollt es noch TdV? Was für ein Maskottchen nimmst du dafür? Ein Gesicht ohne Nase. Mein Voldemort hat keine Nase und er nennt sich Voldesnort. Wo ist das denn? Oh nein. Das wäre gerade noch nett. Ich hab jetzt viel zu viel gedacht. Wir müssen ein Excel-Dokument aufmachen mit den besten Namen, die wir finden. Das ist so. Vollesnort ist auf jeden Fall schon mal Platz 1. Ich hatte mal keinen Hamsack in der Lobby. Er hat kurz geschrieben. Ich hieß mal Mark als Feucht. Das war halt sicher hier auf Discord. Mark als Feucht. Mark als Feucht. Und ich hatte einmal Duracell-Hase. Hinter dir! Hatte ich auch schon. Da kämmt schon einer vom Haus. Welchen Moody ist das? Oh. Deutscher! Ist ein Deutscher. Was war ein Deutscher Schwitzer? Der Kärsche. Der Kärsche. Der heißt Kärsche. Ja. Das war der R. Ich glaube das R hat ja vergessen. Der Kärsche. Ja. Cool. Vollesnort. Wir haben die Führung verloren. So Heloise. Ja. Cool. Vielleicht hat er schon. Vielleicht hat er schon. Ich wollte es noch nicht. Der Feind liegt in Führung. Und kommt er mit Pumpe um die Ecke. Was bist du denn wie ein Lobbarn? Uff. Vollname. Wolltest. 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 Zu. Ja. Also der Kärsche, ne. Der geht immer wieder auf dieselbe Bestellung. Und so ein Kärsche, der von Wach. Ich lade nach! Oh. Du bist doch schon ein Scheißmann hier. Maaan. Ich gebe dir Deckung. Ich gebe dir Deckung. Da haben wir einen, der legt sich ständig hin. Seine Mutter hinter der Pumpe. Oh. Kommt der Blitz nach. Der linke Hände. Warum hattest du dich denn hin? Das hängt ja hin. Hä? Ach. 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 Meine Mama hat gesagt, ich kann man es machen. Hoover. Deine Mutter wollte allerdings nur Kindergeld. Dafür hat sie dich genommen. Hinter der Brust? Ach. Du hast es verstanden. Der erste Meinung. Einige. Er hat das verstanden. Man hat halt wirklich verstanden, meine. Mikatinio hat sich irgendwer vor mich hingelegt. Ö trzeba. Es kräftig. ja was läuft mit dem aber ihr seht ja also Joker du siehst ja verschiedene die legen sich hier sofort hin wie ihr vom Hintergrund ihr es beigebracht haben nicht ihr scheiß Mikatinho hat sich auch gerade hingelegt das war jetzt nichts ich weiß Deutsche nicht nehmen euch auseinander aber pass auf mit dem Kärscher ich weiß nicht ob wir noch Garantie haben nilfeske ist besser da kann der im Bauch dabei sein Digga, ich muss nicht mal da auf ihn und er stirbt mich und er kriegt nur noch 35 XP assist wird es mich verarschen das ähm das dem Maid der hört das ist äh Coca-Cola den könnt ihr auch gerne folgen der regt sich immer so auf also das ist nicht einmal nicht wenn er sich aufreglich ist er glücklich ein Wage-Grid hatten wir bis jetzt noch nicht noch nichts Controller ist noch immer ganz ja man so wie alter ich mach den in der verpuppten Dreck-Potzeide ja ihr hört desto später es wird desto aggressiver wird es ist nur ein scheiß Dreck-Spiel es ist nur ein scheiß Ohren so ein Spiel das ist das, das ist das, das war, das war, das war, das ist gut verbündete Drohne online verbündete Drohne im Einsatz Vogelperspektive wenn ich jetzt so weiter mache dann latsche ich gleich hier im Studio her guckt euch das an, guckt euch das an ich schließe alle in den Po und sie sterben nicht wo sind wir hier, sind wir hier bei Apex schnell so eine Profi-Lobby hier, Alter nein, die Sache ist diese mega scheiße, Marcel scheiße, Irlander Nicatinho hat den jetzt gekriegt, also die, 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 die aber wir sind noch scheiße, scheiße oh oh man es ist spät, Leute, es ist 1 Uhr, wir spielen schon seit 4-4 Stunden wir nehmen das jetzt mal einfach an, einfach mal Marcelo, lass dein Mikro gar nicht ich bin nicht in den Mund es ist nicht hygienisch es ist nicht hygienisch Alter, wer lasert nicht denn da von hinten ich bin sicher ich schwöre, jetzt fängt er wieder wieder auf dieses Haus jetzt kann ich schon wieder aber weg guck jetzt legt er sich da hin wieder hinter der Post ich brauche ich euch äh Mika, warst du das? was? der gerade so weggesniped hat das ist nicht oh mein Gott, ich hab dich gar nicht gesehen was läuft mit dem? was hat das schon gemacht? ich hab auch ne Pumpmasche warum ist denn hier alles pink, Mann? Achtung! feindliche Clustermine aktiv! was ist dieser blaue Laser? der nervt mich ich schwöre, der wollte jetzt ohne Witz mit der äh mit der Rakete kommen ja, ich glaub ich war ich glaub ich war Apigie 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 wir dürfen nicht schnell schießen was haben denn die für ein Drecks-A-Malter? ja ja, Marcel Marcel spiegelu 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 komm Marcel, lach mich nicht so äh, ist krass die schnellste Maus von Mexiko spiegelu spiegelu naja, lach mich sollen wir Canimero singen, Marcel? äh, L-I-M-E-O Marcel, Marcel hä? was ist das? Marcel, sind wir mal was hat der wie ein A-M, bitte? ich gebe dir Deckung so, steh mir keine irgendwo spiegelu oh, du Wichser, ich hab dich getötet ich schneid's die Maus von dem Mixi diese Paus oh oh äh, ich bin zu Feind! oh mein Gott, uah die schöne, uah oh mein armes Spiel mein armer Controller wird verkleidet ey Mann, lasern mich doch nicht in den Rücken das ist ich ekelhaft, Mann dann warte doch bis ich schieße Mann, der nervt mit seiner rosa ane Pumpkorn ah, die sind zu 3 auf dem Haus ey, oh mein hä? also, die sind zu zweit auf dem Haus und die dritte steht unten bei der Tür dass, wenn du reinflüschtest, knallt er dich ab und die dritte was sind die dritte was ist das ich bin hierher hab die Augen raus hab die Augen raus schnau' ich schnau' ich ich bin ich bin ich bin ich bin mein Gott, die sind lila bahn, die Kasschiss gibt die ne Natürlich hätte ich schon VTOL das geschossen. Natürlich, so warte ich nicht. Ich auch. Du bist das Beste als hier? Oh, das ist... Alles gut Lorenzo. Alles gut. Das reicht mir schon, wenn du im Lärm bist. Ja ne, weil ich hab die voll geile Geschichten gezählt. Völlig verblödet! Das ist alles hier in Ordnung. Ne, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Wir schlönen ihn bestätigen ihn ja auch. Wir haben verloren. Das sind alles ekelige Kappfaster, Alter. Ich schwör, was war das? Haben wir eine Wookie? Alles so eine Dreckshure in so einem Camper. Nur weil ihre Mütter sie nicht lieben. Vorsicht. Oh, den Deitschnitt geantwortet. Der Deutsche hat gesagt, Marcel, Vorsicht. Komm noch. Der Kerl. Hat der Marcel gesagt, oder? Ne, er hat noch gesagt, Vorsicht. Danke für den Follow. Der hat meinen Twitch-Namen. Soll da auch reinkommen. Dann mach ich das Chatting an und dann unterhalte ich mich mal mit ihm. Der Schilling. Der Schilling. Ich komm mit. Und dann Schilling. Wird er gewaped. Wird er auf den Tisch gefetzt. So. So. Wie geht's euch, Leute? Wie geht's euch, Leute? Wie geht's euch, Leute? Wie geht's euch? Das ihr alle hier seid. Ich bin doch so mich. So macht die Leute nicht. Jetzt gucken wir. Mann, der Kerl heißt Iraqi. Oh nein. So viele Witze. So wenig Zeit. Oh mein Gott, mein Kopf. Mein Kopf geht gerade rrrr. Auf die Leute zu. Auf die Leute zu. Alles Smurfs. Alles Smurfs. Alles Smurfs mit so komischen Namen. Nicatinho, da kommen so viele Ideen. Ja, wieder eine Runde gesuchte und gestörte. Ich höre ich einfach mit meiner, mit meiner, ähm, grünen Kanone. Die Leute. Ich war schon drin. Ich à потому, wir brauchen noch 11 Oedoch. Wenn ich auch 1.100 dickerthype. Da kommt der schon wieder mit Bums mit. Geinds funktionieren. Keins Lappen! Literally. Auf dir Bambus. Wir haben die Lalo. Oh man... AIM, Diner. PainX, siehst du nicht? Der Sniper, Diner. Er hat Feind markiert. Ja! Wer steht da mit seinem kleinen Spielchen? Stimmt. Jetzt wird er. Mensch, bist du ein Noob, PainX. Ein Pain in der Ass. Noch eine Minute. Let's go, Grumpy, let's go. Äh, sound, sound, sound. Der Atme zu total, er soll nicht, er soll nicht verhalten. Oh, Evie, Evie. Was, was, was? Ja, er kommt aus einem Cheek. Ja, 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 ja. Nue. I, I R. Ja, 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 ja. Das hat so gesagt, so viele Ideen, so wenig Zeit. Ey, schonagesgerrd. Bregu! Ah, shit, krass. jedesch, jung, desk epic andazzite. Beppo, komm mit, Mehmet. Beppo, schützt mich jetzt. Bin bene. Ja, Beppo, wir müssen becomes ... Ja, Drama, wir müssen ... Ich mach zu, mach zu, nee, jetzt hab ich mich wieder aufgemacht. Nein, ich mach zu. Ich mach zu. Ich bin nett, ich mach die Tür zu. Sie ist weg. Nein, sie steht hier in der Ecke. Hä? Mein Gott, ich rufe hier hinein. Da, das, da, das. Ein Grund für die Schuhe. Easy. Ja, Mann, ich kriege Bambus, komm. Ich hab ganz relativ den K-Hosch, ne? Also, ich weiß da, hier. Den K-Hosch. Ich hab den letzten. Saber 1, eine Ladung beim Ziel platzieren und zünden. Wir haben die Bombe gesichert. 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 Nein, ohne Luma kriege. Ich platziere die Bombe. Bombe, 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 Bombe. Bombe ist platziert. Michatinho, schützen. Wann geht's? Nein, 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 nein. Ich schaue dich nicht auf den Eck. Nein. 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 Nein, wie in das ist? Ich geh nicht auf. Ich gehe nicht auf. Wir haben die Bombe gesichert. GG. GG, Rakin. GG. Ich finde das jetzt voll rassistisch, dass sie in den Arabisch reden, weil ich verstehe das nicht. Hey Kebab, schloss ich, schloss ich. Kebab ist Türkisch. Pardon, ich kann ihn ja. Ich schneide meinen Hund am Funktionieren. Mein Hund ist Paki und ich schneide immer Paki-Cino. Er ist anders, ne? Paki-Paki-Cino, hier ist nicht so viel in Leben, hier ist nicht so viel verschiedene. Paki-Cino. Wow, du scheiß Iraki. Ja, aber das sei nicht. Scheiß Flüchtling. Also, so weit wollen wir hier. Guck, mir geht ihm hier. Jetzt fang mal rein. Wohle, Mokallak. Schleswig-Holstein, schloss ich. Du hast ihn kontrolliert. Du musst ihn ins ich ins Mountain. Ich bin 9. Sog. Was ist denn? G-G, wie ist es? G-G. G-G, wo ist es? Nein. Was ist? G-G, wo ist es? G-G. G-G, Grumpy Monk! G-G. G-G, es ist hier. Ist irakisch? Siegel als Haustirat Ich liebe dich Ich liebe dich auch Ich liebe dich auch Siehste Ich liebe dich Wie wärst du mein Freund? Oh fuck A new friend for life Ich liebe dich Ich liebe dich Ich bin alleine Ich bin alleine Oh, sorry Ich bin alleine Der Leo, hä? Ich bin alleine Ich bin alleine Du bist für eine Frau oder eine Frau? Ich bin alleine Ja, aber ich bin eine Frau Oh mein Gott Das ist das Ich liebe dich, Mann Danke 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 Ich bin alleine Ich bin alleine Ich bin alleine Das ist in Deutschland Oh, ich liebe das Land Und du? Ja, ich bin alleine Ich bin von Irak Ist das okay, richtig? Von Irak? Wow Ja, nein, nein, nicht schade Wir sind nicht schade Ich bin nicht schade Wir sind 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 nicht schade Wir lieben Deutschland Wir lieben Mirko Okay? Mirko Das ist wirklich toll Ja, danke Du hast eine wirklich schöne Stadt Ich denke, dein Land ist wirklich schön Wir sind wirklich jung Genauso Oh, ey Roman Noch, ich bin wirklich Wir sind unsere Freundin. Wir sind unsere Freundin. Du bist mein Freund? Ja, spielen mit dem. Wenn du mein Freund möchtest, ich bin bereit. Ich möchte nur mit dir spielen. Ist das gut? Oh mein Gott. Ich bin nicht lieb. Es ist nur ein bisschen zu viel. Ich bin nicht lieb. Ich bin nicht lieb. Er würde nur einen Visum sehen. GG, geil. Ich bin ein glückliches Person. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Das ist gut. Ich bin glücklich. 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 Drei Minuten Generator. Wir haben die Ladung. Ich bin glücklich. Wir haben die Ladung. Ich bin glücklich. Kann ich dir eine Freundin geben? Ist das okay? Du kannst sagen, was? Ich bin dir eine Freundin geben. Ist das okay? Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ja, kein Problem. Ja, ja. Geh. Geh. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich bin live auf Twitch. Ich werde nicht jemanden blocken. Ich werde jemanden live auf Twitch blocken. Oh, nein, nein. Sorry. Kein Problem. Sorry, Caro. Ja, ich bin glücklich. Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich a lot. Ich liebe dich a lot. Ich liebe dich. Du kannst auch mal auf Twitch und sehen, mein Gesicht. Jetzt my gotta das L Finally. Du kannst sehen, dass ich ein Materialverweb habe. Ja, ja. Ich habe einen Gesicht. Ich liebe mich. Ich habe ein Twitch-D先. Nein, ich habe ein Twitch. Mann. Oh mein Gott. Das ist ein Sound. Du hast mich gekillt. Du hast einen Gans. Du hast einen Gans. Du hast einen Gans. GG. 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 GG, Leute. Ich liebe dich, Leute. Ich liebe dich. Danke, danke, ich liebe dich. Das ist cool. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Es glaubt, ich fühle mich nicht an dich. Nein. leur vocês lachen. Es gibt wirklich Anrufe. Ich habe mich abgerückt. Es gibt einen Rang auf die Pana. Dann könnte es aber. Ich weiß, ob ihr euch nicht zu gut fliegt. Es ist ein Rang auf den Pana. Du kannst nicht eine Rang auf die Pana. Dann kriegst du den Rang auf den Gans. Du wirst einen Rang auf die Granate. Der war verlaved, der war verlaved. Den Ehen hütten mich für dich, Ugemar. Der eine war es zuerst, dieser Grumpy, aber der Pain hat sich da radikal dazwischen gerückt. Das ist meins, meins, meins. Ein Weißmaterial. Oh, even better. Make Babies with me. Comment vom Journal. Ich habe eine Anfrage bekommen. Ja, das ist krass, ne? Das ist auch wirklich krass. Fragte André auf? Ich müsste halt auch nur den Sprachstellen. Kämpfen die jetzt um mich? Ja. Ich mag das. Wer schießt mir die meisten Flugzeuge? Wer bombt die meisten Häuser kaputt? Die schließen sich gegenseitig jetzt ab. Was böse, ich distanziere mich von diesem Ausland tritt. Ich möchte eine Freundschaftsanfrage von beiden. Oh, shit, mein Mann. Oh, ich nehme die Pampen raus. Ich nehme die Sniper. Okay. Kann man gut snipern. Ich gehe mit der Aftung mal ein bisschen näher an mich rum. Go. Wutsch, Martin. Dann willst du, weil du nächstes Jahr an die Vakanz gehst. Ich glaube, der Moment, wo ich mit einer Merata nach Hause komme, enterbt mein Vater. Er wird mich nur so angucken, so. Nein. Er hatte schon zu sehen und mit Kevin. Und dann komme ich mit einer Merata. Er hat sich in der Drohne im Einsatz gemacht. Dies Natz. Hier heißt einer Dies Natz. Oh, nee. Da kommen auf die Liste. Dies Natz. Verbestimmt es ohne online. Dies Natz. Oh, nee. Oh, nee. So, noch nie. Dies Natz. Ich habe mal eine Befüße. Dies Natz. Dies Natz. Dies Natz. Dies Natz. Geil. So, jetzt ohne rassistisch zu sein, aber hat man im Irak Quitsch? Mal was ja. Ist das nicht rassistisch, aber die Männer haben das gesperrt. Da habe ich schon nachher umkommen. Gut, matt. Was ist das, wenn ich ein Smapschirm bin? Ja, chipt man das, chipt man das. Chipt man das? Cool! Oh ne, ich weiß wen, ich spüle muss. Spiel mal einer Pomp, Gun. Spiel mal Sniper. Spiel die Vaders. Spiel mal einer Pomp. Du musst viel rutschen, Dacca-Rutsche. Spannende Rutsche. Ja, aber die spawnen überall. Irgendwann ist der Schiff reingesetzt. Ja, du spawnst auch manchmal vor einem anderen halt. Ein Versuch. Wir werden dich hier beschaffen! Du wirst hier nicht sterben! Fangt am Boden! Er wird der Aufrehrungsüberfall. I am alone. Wie hat das gesagt? Inzwischen ist es cool. Also ich hab ihn jetzt angenommen. Aber wie schnell wird er jetzt anfangen. Dass er in den Team gekommen kommt. Ich hab nicht viel verstanden von irgendwas da gemacht. Ich hab das Alubio verstanden. Statt, was du willst. Ja, wirklich so drauf! Ja, bitte auch so! Der war voll flach. Er war voll flach. Naja, voll dran. Wohl, wohl das heißt. Schmell den Dominik, die schnappen. Richtig so, krass. ha 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 ach mann ich kann alles weg schlafen natürlich nicht mehr die Pistole macht auch kein das ist der Zeitpunkt die Kampen dann rauszuholen er muss die die Snacks holen ja ich bin cool ich bin cool ich bin cool Nicatino und ich versuchen die Snacks ich darf am Preis ich bin cool wir haben 26 Kills in der Zwischenzeit wir haben 26 Kills feindliche Kontra-Drohne-Aktik feindliche Drohne im Einsatzgebiet du hast den Klo, Alter in der Zwischenzeit oh jawohl das Kills wow, Micah, was hast du gemacht, man? oh, scheiße ich bin gerannt, mein das Kills macht es einfach easy das Kills macht das Kills macht Micah, dein für alles weg genutzt ja, was für ein Code feier kommen wir für Nummer 17, das geht doch Micatino hat alles weg genutzt er hat noch nicht angefragt in meine Gruppe zu kommen er hat mir noch keine Anfrage gestellt er muss seinen Vater zuerst um die Ehre fragen er ist halt in der Party er ist halt in der Party da mit seinem äh Chicky Chicky jetzt wird gehauntet wie viel Kamele bist du wert er ist in der Party, der wartet nur drauf das ist bestimmt der eine die Party ansehen das war bestimmt mit dem anderen Kerl da jetzt wird ein Foto in ihre Gruppe gepostet ich biete drei Kamele, ich biete zwei ich biete fünf und eine Ziege wieso ich die Leute mitmümmen ich biete fünf und ne Ziege ne Frankmuss an unser Lobby an eine Frankmuss an unser Lobby an unser Frankmuss Timmer Tim wie groß bist du? 1,60m Gute Frage ne? 1,60m Wow ich war gut Warum? Welche Augenfarbe hast du? Was hab ich? Augenfarbe, braun mit grün Schau wie viel du wert hast Was machst du? Du bist 54 Kamele wert Aber ich bin keine Dingens mehr Ah das ist krass 54 Kamele Ich kann bestimmt gut Kinder gebären Weiß ich nicht Glaub ich nicht Mein Becken ist gebärfreudig Haben wir nicht so eine ähnliche Map schon bei Call of Duty Ich hab diese Map doch erst gespielt Ah wir sind bei der Suche und gestörtet dafür Du kleine Hübe Du kleine Hübe Zu lange Alles mit Coutinho Alles mit Coutinho Schwind Haha Wir klörend Oh bei mir direkt aufs Brot Noch eine Milder Die Milder Die Milder Okay E-R-E-S-U-T-A-T E-R-E-S-U-T-A-T E-R-E-S-A-T 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 Lang genug Kei Beppo geht das Wenn die Person was passiert hat, dann melden sie sich. Eigentlich heißt es ja, glaube ich, Anne Frank Masch, nicht Musch. Weil Muschoo wird auch so geschrieben für Mulan. Oh, der hat mich hier doch schon wieder geblieben. Ah, hä? Oh, Christi. Alter. Ich würde so was von gerade vergewaltigen. Hammerhart. Hammerhart würde ich vergewaltigen. Marcel sagt es, ich würde hammerhart vergewaltigen. Beppo packt die Sniper auf. Beppo ist so komisch. Und dann wird er so wechseln. Gut, Beppo. Anne Frank. Ich weiß. Ich weiß, dass ich so viel sagen würde. Danke, Muschelter. An alle Strage, richte deinen Schutzbereich und die Zielobjekte ein. Das ist eigentlich, also das finde ich eigentlich schon ein bisschen krass. Krass. Beppo, was bist du? Was bist du? Masupilami? Ja. Ja. Die Feinde setzen eine Bombendrohne ein. Warum fragst du? Ich lass mich abfahren. Oh... Was ist das? Ich komme aus. Eine Frankmose. Da komme ich sie. Ah, ich mache sie mit der Tür. Pfiechen! Oh! du kleine hat er mich noch das war nicht ich habe ihn gesehen ich bin nicht noch mit scheißegal Vogelperspektive online Uuuuuh Lappen Nein Kaum Hölteren Noch 30 Sekunden Komm nimm noch eh Geyschner Der triste Solange jetzt niemand plant Und Ich nur noch einer Wie lange geht das jetzt noch Wie lange geht... Wo läuft die Zeit? Da darf ich die Zeit Ich hab auch Schmerz Ich muss nicht weiter Nicht schwitzen Ich steh mich hier in die Ecke Kim Nein Äh Die Blöde 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 Du Du Vielleicht was du dich gelöhnt hast Habt du dich gewinnen Du bist so ein klein dumm Fatzer Zeitend Wechsel Ich hab nix gesagt Ich beleidige keine Menschen Suchen und zerstören Aber wenn das jetzt eine Franke will Wer hätte ich die gemeldet Dann hätte ich die jetzt aber gemeldet Du hast die Bombe Schauen wir mal ganz normal So hab ich die Bombe Ich hätte die jetzt vielleicht gemeldet Oh hier gibt's ne Schische Mann hier läuft so ein komischer Kroka Quocca 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 Was macht dieser Quocca hier? Feindaktivität Oh du bist so ne kleine fette Hupe 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 Ruhig gepinkt da steht nur einer War das ne Hupe? Blasieren Bombe bei Alpha Guck dir Beppo Stream einfach nur an wie konzentriert der ist Ladung am Platz Der Countdown Lord Guck ihn dir an Guck ihn ja jetzt grinst der Hehehehe Jetzt grinst der Guck jetzt grinst der Hehehe Ich schieß den ab mit dem Rocket Schieß den ab mit dem Rocket Zell Knall ihn ab Easy Seid bereit erneut zu gewinnen GG guys GG 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 Ich dachte ich hätte sie sofort hier angebogen Ah ne ok das kann danach Das kann danach Das echt gut An alle Strasse Spreng ein Kilo zu gewinnen Michatinho Guck Aber ihr kennt alles Nein Stimmt Das brüllt dem ja Und meine Das ist krasse Oh ne Michatinho Da steht der Bursche Und nicht auf der Satrap traf Das ist echt ein Kriminal Boah Ich hab Oh ne Anne Frank hat mich getötet Jetzt reicht's Jetzt kann ich Jetzt kann ich Jetzt kann ich Ich weiß Ich weiß Das ist nur ok Sagt ihr das Wort gestoppt Was? Nein Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Bombe platziert Perimeter einrichten Oh Wie gut sie mich Ich bin schon genau Ich glaub den du Na Hallo meine liebe Zuschauer Was? Nein Nein Dann kam er noch von hinten Alter Ja Aber Marcelo Wenn du es gefahren bist Ja Eine Frank hätte lieber in ihr Zimmer bleiben sollen Warte 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 Ich provoziere nicht Warte 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 No 1 2 1 GG Guys Suchen und zerstören 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 5 5 5 5 5 6 2 5 5 5 3 1 5 5 3 7 9 9 10 10 11 11 11 11 11 auch in der Nähe so das wird sehr krank die die als ich bin jetzt eiskalt weiter die haben mich nicht mehr es ist ein die ich sag das jetzt eiskalt noch mal mann was für eine logik alter ok was für eine logik das war bombig Marcel bitte sag ein GG Geist die mögen mich nicht, die wären sauer wenn ich das war ich will mein Handy machen 3 Sekunden ich bin voll zu machen ich bin voll zu machen ich bin voll zu machen GG, Leute, ich bin der Fall. Easy! GG, Leute. GG, noobs! GG, Leute! Ich schwiegere mich dann. GG, Leute! Das ist krass. Das ist so krass. Aktivität! Die stelle ich hier in die hübsche Ecke. Die gefällt mir. Meine Ecke. Oh, du hättest mich auch nur so ein Alter. Ach, du hättest mich auch nur so ein Alter. Ach, du hättest mich auch nur so ein Alter. Ach, du hättest mich auch nur so ein Alter. Oh, und nicht so ein Ame? Oh, Blasphemie ist also... Blasphemie würde ich melden einfach nur weil der Scheiß ist. Ja, Gott. Ja. Und andere Fragen willst du ihn nehmen. Genau. Den will du nur, oder? Das ist scheiße. Es liegt bei dir! Beende die Mission! Nichts! Oh, hättest du die Brille. Freutame. GG, Leute! Gott, davor, go! G-D. G-Node! Es ist für mich zu erzählen, Mann. Danke. Es squeaker. Es squeaker? Oh, das ist cute. Es squeaker. Ja, mein Mann war besser. Was ist das? Was ist das? Es ist so, dass ich die nicht höre. Dafür warst du das? Ja. Ich habe gesagt, die Dies Guys, da meinte er so, halt deine Fresse. Da meinte ich so, wer bist du, mir das zu sagen? Und da meinte er so, halt die Fresse, du Quietscherin. Und da meinte Peppo, deine Mutter war besser. Ja, wo ist das? Ja, wo ist das? Für mich auch noch, ne? Deine Mutter! Was ist das? Was ist das? Das hat einfach so drauf. Das hat einfach so drauf. Das hat einfach so drauf. Schöp, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay. Das ist spät. Ich bin müde. Oh mein Gott. Oh nein. Wie du das mal rausgauen hast. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also mir geht's gut, wie geht's euch? Super. Sehr gut. Er hat das mit so einer mega krassen Filmstimme so, your mother was better. Oh mein Gott. Guck mal mein Stream. Ich weine. Ich bin Bock, nein. Ich bin Bock. Ich übel jetzt den Anzeige backen gerade. Bei mir ist irgendwie auch so. Oh mein Gott. Was ist das Team? Okay. Es ist Team Deathmensch. Er ist tot. Ja, Bappo war der Start da. Oh mein Gott. 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 Das ist echt Wahn hier. Wo bist du hin, du kleine Schlampe? Verstanden. Drohne im Einsatz. Wir machen wohl weiter. Habe ich verliebt? Ich quietsche doch gar nicht. Oh, du bist Miststück. Der sitzt da in der Ecke im Poolhaus, wenn du die Treppen hochkommst. Raus. Das Magazin ist ganz leer! Hast du den Becker? Ja. Ich muss das Magazin wechseln! Oh, mein Ohr ist gerade aufgegangen. Wechsle das Magazin! Ich habe auch keinen Plan. Kämpfen bringt dir nichts. Was war's dann? Kein Effekt anziehen. Oh, oh, Wallabilla. Oh Gott. Wir waren schon bereit, alle beide. Der Schatz platziert! Verbündete Clusterminer eingesetzt! Oh, hä? Frau Marcel! Oh, Junge. Das wollte ich dich auch noch retten. Nein! Warum lügst du? Marcel? Marcel, du lügst! Oh, hier leid, du weheng! Nein, nein, wir singen Mama, han hat er post. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. Oh, mein Gott. Ah, du scheiß Preis! Wo steht da die Hände hinter der Hecke, Mann? Ich schwöre, Mann. So, ein kleiner Pädophiler im Kindergarten. Na, er hat noch. Der war sogar dunkel für mich. Oh, du Lappen! Da steht er da in der Hecke, wie so ein Pädophiler beim Kindergarten. Na ja, oben an der Straße. Ich zahlungen mal kurz. Ich zahlungen mal kurz. Ich bin Daffy Boss. Ich bin Daffy Boss. Ich bin Daffy Boss. Zeig ihm ein Kind, dann kommt er raus. Ich bin Daffy Boss. Was bist du denn wie ein Lappen? Kommst nur um. Wer fickt den jetzt? Ich weiß nicht, dass du da wärst. Daffy Duck. Das kann. Warte. Das kann nicht sein, okay? Wenn du kommst, das kann nicht. Gut, jetzt ist es. Na, dann. David kann das noch einmal treffen. Das ist wirklich unabhängig. Hey, das sind ... Die Mission ist falsch geschafft! Bringt es zu Ende! Ich spreche im Team. Wie ist denn ... Elgato el Tato Ja, gute Nummer Elgato el Tato Er will bestimmt flexen, dass man in ein Tato Ja, aber da... Wir sind im Saal, an den Fenzern, da steht einer Ich bin in Staunen Oh mein Fenzern sind zwei Hör auf zu campen Ich hab beschrien, der Ball, da ist es nicht wahr Ich gebe dir Rücke, Deco Die sind da unten campen, Alter, als wenn die kein Leben waren Haben sie ja nun Oh, da herren von... hä? So, du wichst Ich hab dich tot geprüft Wie denn? Wenn mich irgendjemand noch aus einer Ecke wegsnackt, ne? Dann wird's aber nur ein bisschen... hä? Dann kracht es hier aber gewaltig, würde munter jetzt sagen Scheiß Nutt des Spengels, würde er jetzt sagen Jetzt kracht gewaltig hier Signing Optical, sowas von Geh doch endlich wieder zu Bock der Baumeister, Mann Bau dir ein schönes Haus mit Spiegel Geh doch nicht Nein Geh doch nicht Nein Vordere Luftnahrung Geh doch nicht Geh doch nicht Geh doch nicht Nein, nein Zeug in der Nähe Ich lieb das einfach so... von hinten in die Reihen So... ratenmäßig Elgato, Eltato macht das auch gerne Der ist ständig bei mir Ja, 14, ja, und auf 1 nein das war es war so Nerven ich werde ihn beschocken ich werde ihn beschockt Also, guck, der braucht es dann. Da soll mal woanders hingehen und da umherboppen. Na also. Was meinst du mit einer Also? Wir haben mich erwischt. Das Alain Bob hat eine Also reingeschrieben. Wo hat er hingeschrieben? Hier im Spiel. Oh mein Gott, ich bin nicht gemütet. Das hat er bestimmt verschafft. Silent Bob, was meinst du mit einer Also? Komm, wir schaffen das. Bob der Meister. Oh, ich will die heißen. Ich bin deine Deckung. Silent Bob. Oh Gott, ne. Lass nicht silent, weil der redet ja. Hm. Ach, nach vorne. Gehört dazu. So wird die Arbeit erledigt im Nu. Gott, Mann. Ich bin 28 und ich kann diese Scheiße noch mitnehmen. Achtung! Scheiße! Ach Gott. Ach Gott. Der Maße ist in meinem Raum. Ist immer noch ein Forderstommer. Ach Gott. Der Maße ist in meinem Raum. Ist immer noch ein Forderstommer. Oh la 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 la. Ich hab ihn nicht beleidigt, ich hab gesagt, er wäre eine Hupe, glaub ich. Das finde ich schlimm, wenn ich sage erstmal hübschen. Ich finde keine Gegend. Weil die alle campen, wie kleine Schlampen. Zeig ihm na also, er soll uns nen Follow da lassen. Ich hab sie mit dem Knüppel verkloppt. Wir hören dich Bob, was, wie bitte? Ich hör dich leider nicht. Alles gut. Du hast gut gespielt. Achso, danke GG. Du auch. Alles gut. Ja, und ich hab ihm Kompliment gemacht. So, ich dachte, er hat das gekriegt. Nö. Was muss ich jetzt noch machen? Naja, Bonus, Herausforderung, Bonus, Bonus, Bonus. Bonus, Bonus, Bonus. Bonus, Bonus, Bonus. Ich muss noch... Ich bin froh, morgen ist erst Freitag und es ist noch immer die erste Woche von meiner Söhne. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. 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 Du glücklich, ja. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Oh Mann, nein, nein. So geil. Ja, ihr Rennen in Tempel das halt so ein random Name von der Polkid. Nö. Mö. Mö. Oder er wurde gesperrt und hat sich einfach gedacht auf Klyssaoth. Oh Mann. Oh nein, das ist die Map, wo im Dunkeln ist, der Schosskrieg. Ehrenhaft. Ehrenjäger. Oh nein, das ist ein Kriegsgebiet. Das war voll dran am Elevent. Den Stuhl, so ein Bastard, der wächst aus. Der braucht keine Kriegsmusik, der hat das schon im Hintergrund. Ich werde das schon her, obwohl die Kim noch gelieft hat. Oh, der gute Kim, den haben wir schon wieder. Ach, hä? Hat er doch bloß keine Story zusammen gemacht. Der kommt bestimmt wieder. Der kommt bestimmt wieder, ich weiß. Morgen oder so ist er im Spiel, tut sich an. Morgen oder so ist er wieder da. Oder auch nicht. Das war dann erst normalerweise freitags heute. Aber okay. Ich hab' alle mit meinem Raid. Ich hab' alle mit meinem Raid. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber die Chin Chin sind im Spielen. Tschin-tschin. Pamininong, oder? Wie sagt Monty? Pamininong. 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 Oh, er steht. Pamininong. Ich weiss, was war das denn für ein Scheiß? Ich hatte die Map. Ja, nein. Ich fand das mal da. Bloß mal, wie sei denn er suchst zu bannern? Wie ist eigentlich der Scheiß? Pamininong. Pamininong. Oh, er ist Buller. Er ist Buller. Er ist Buller. Okay, ist die Standarte, ich kenne es voll. Oh man, 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 man. Die sind so ehre, wo ich sie fast hatte. Besucht. Dann campen die da auch noch. Campen im Haus alle. Ja, das ist ja nicht so. Warte, ich habe nicht mehr dabei, ich dachte mir, ich muss doch vorbei, hier nochmal. Dann noch mal da, wo du schon geholfen hast. Nee. Der ist ja nicht mehr. Der ist ja nicht mehr. Der ist ja nicht mehr. Dann liegt der am Boden. Oh, ja, ja. Ich bin nicht mehr so, ich bin nicht mehr so, ich bin nicht mehr so. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn mit Karsten los? Was ist denn mit Karsten los? Nein, wie fußt er das? Letztens war das in so einer Sendung drin, was halt. Ich musste so lachen. Was ist denn mit Karsten los? Oh mein Gott, ich bin fast gestorben, echt. Wie kämpft denn da mal ein Quas mit dem? Was ist denn mit Karsten los? Er hat nichts gesagt, der Wunscher hat 20. Das heißt, er kann alles auswendig sagen. Was ist denn mit Karsten los? 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 Nein, mit Karsten los. Die waren teuer, meine Karsten. Auf dem Dach steht noch einer. Nein. Oh, ne Fischöre. Das gibt eine Anzeiger. Das gibt eine Anzeiger. Das gibt eine Anzeiger. Was ist denn mit Karsten los? Ich wegkrieg gerade das Magazin. Verbündete Konzert ohne Unleid. Umdurchschnitt. Ein Titzekneid. 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 Was ist denn hier los? Wo lag gut? Mir wurde letztens gesagt, ich soll aufhören das zu sagen und deswegen Wallabilla 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 natürlich überlebt das stück scheiße nein die kleinen ich werde blind durch die granate Aber blind in mir, Alter. Oh, ich war noch nie auf die Kürze, dann wäre ich hier auf die Kürze. Was für ein Aim haben die, bitte? Ja. Was? Shit. Alle aimbot. Alle aimbot, 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 aimbot. Lade nach! Ey, was das tot ist. Ich bin doch wieder hinter dir. Ich werde es auf die Wiese zu kommen. 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 Oh. Ja, ich war drauf. Oh, ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr. Oh. Oh, shit. Was lebt bei dem? Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich glaube, dass wir diesem Gypsych haben. Mein Geist bin der Cyberlord vorbei. Was kann das für Siebel? das ist ein anderes Wort wie die Einzelnen in den Ecken hier so kämen, die kleine Luder oh hä? oh was kommt der denn da in der Ecke? oh mein god im Haus ist einer hola oh man hör doch auf nee das war unmöglich wenn der das überlebte eh? wir schreien ihn zusammen oh mein du hast nach hemma den du ne doch geh ich echt besser zu sein naja ich hab mich mit dem scheiß laser die beiden hatten ja ich kann gg gg noobs gg noobs nung gg noobs gg hare gigg grd yeah das ist krass hat einfach mal eine 3,63 quote der sitzt irgendwie 20 zentimeter er hat nicht viel platz in der kleinen büchse niederlegt der ist ein bildschirm ist eine smartwatch ja dann brech mal ab dann gehe ich einen rauchen ich gehe auch einen rauchen eine raucherpause ich mache musik an bis gleich bis gleich Vielen Dank. 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 Yeah. Okay. 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 Yeah. Okay. 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 Ist der bei mir auch so laut dahinter im Grund? Bei mir läuft nur der Ventilator. Oh, und ich verschluck das Mikro fast. Da kann er hin, dann. GG Noobs! Ich will ja nix sagen, aber der Toxischste in der ganzen Rinde ist Beppe. Der ist so, der ist wirklich voller Element. Der ist einfach der Toxischste, keine Hupe, die wir gerade haben. Gar nicht wahr? Ich hab Spaß. Die sind übel schlecht. Die sind richtig schlecht. GG Noobs! Hashtag Noobmasters! Hashtag Noobmasters! 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 Das ist in der Woche nicht mehr noch zu fair, sondern so haben wir echt schnell cool, ne. An alle Saber! Sicher dein Seil! Wenn du in den Don Robi nur gegen das mal! Moin, Rednu! 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 Red, ehm... Das ist... Ne, dann sind die Leute gerade so zu weg, ne. Also... Toe mir leid, ich bin schon seit 6 Stunden. Ich bin ein bisschen, ähm... Hi! Wir haben einen Sieg herum. Wiederholen wir das. Wir sind wieder. Ich hab noch nicht meinen Gegner gesehen. Ah, kann doch das doch so wenig. Was? Was ist das denn? Verstand die andere Army im Schussfeld? Oh, Mami. Saber 1. Unsere Drohne umkreis das Gebiet. Schön, dass du in meinem Stream bist. Schön, dass du mich gefunden hast. Uns gefunden hast. Ja, doch. Der Krach, ne? Verbündeter Marschlugkörper eingesetzt. Nein, er hat mich... im Spawn. Okay, der ist weg. Der reihe Keine. Das ist mal nett zu können. Ja, da ist auch... Die Runde smä ich schnell gegangen, wie ich weiß es ist. Heute nicht, aber ein andermal gerne. Die Runde war echt kacke. Das ist super zu einfach. GG, geil. Voll in die Fresse! Nee, red nur, wie so ne... Wir sind heute... ähm... ähm... Ein bisschen lieber in privater Runde. Nennen wir es mal so. Wenn wir morgens streamen sollten, dann kannst du gerne mitmachen. Genau. Wir haben oft Zuschauer dabei und wir sind mal glücklich, wenn wir manchmal unter uns sind. Heute sind wir unter uns, morgen sind wir GZSZ. Danach kommt was, danach kommt was, alles was zählt? Ja. Du kannst mir gerne eine Anfrage schicken, eine Freundesanfrage. Ich nehme dich dann an und dann nächstes Mal nehme ich dich dann mit rein. Ja, ne, also wenn man schon mit uns spielt, dann soll man auch schon mit uns reden. Ja. Das ist schon der Sinn davon, ja. Oh, Alter, Silo ist auch so ne Scheiß, mein Freund. Aber wir tun mal das, ja, in der Leute. Schau mal, wie ich schon weg bist, ne? Lass gucken. Ja. Bonju. Ja, hab ich den auch gesehen. Bonju. Ja, das ist cool. Ja, das ist cool. Hi, a cozy man. Also bei der Cozy Revenge. Die Revenge 19. Er ist 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 19. Ich meine, wir gehen den Dage Frise, oder? Ich meine denen, wir gehen durch. Oh, ich gehe ja den Karte Frise gezogen. Oh, ich ging mal die Katze lactation. Oh, gute Katze-Skin! I love you! I love you! Ich hab auch den Katze-Skin. So ein hübscher Skin. Oh Gott, die Katze hat mich erschreckt. Wortwörtlich, die Katze hat mich erschreckt. Oh nein. Was der ist schall? Oh mein Gott. What the fuck? Ich hab noch keinen einzigen Gegner gesehen. Ich hab noch keinen einzigen Gegner gesehen. Ich hab noch keinen einzigen Gegner gesehen. Der ist ja plötzlich für mich. Kontakt! Magazinwechsel! Oh, Banjo! Du musst nachladen! Drohne, Einsatzbereit! Deine Munition wird knapp! Er bitte Aufklärungsüberschuss! Verstanden. Drohne ist im Einsatz. Aufklärung online. Äh, wie ist es? Hab den Scharfschützen! Boah, das war richtig gemein, dieser Kill. Drohne hat keinen Treibstoff mehr! Die Katze zur Basis zurück! Ja, absolut verhindert. Boah, hier stehen drei Stück, ne? Ich schieße dreimal. Und wie oft treffe ich? Wollt ihr raten? Null. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das hier ist so ein typischer Moment. Das ist ein typischer Moment. Was ist denn hier los? Boah, Banjo ist ein Engländer. Oh, bloody hell! Haha! Ich liebe Engländer! Also hier ein Akzent ist so... Bloody hell! Das war wieder Banjo! Ich treffe einfach niemanden! 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 Der Banjo Pesui! Als ob! Genau! Cosi, genau! Piu, 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 piu! Ich mach mal hinmakern und der tötet mich nicht. Piu, 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 piu! Ich bin hinter dir! 个, an einem. Halo, piu, 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 piu! Unend englant hab ich mit ihnen totgerissen. Äh ... Ja! Dann察it sind die Title 2 auf der Treppe! K S 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 Uinelpohl! Boah! Von drei Seiten alter! Drei Leute einfach in dem kack Raum mit der Treppe! weil die hängen ständig beieinander mann wie so ein herpes geschwür wir spielen sich am zuck für die das stimmt ja nicht die katina hat einen für 1000 kms das steht da in der treppe in der treppe in der treppe in der treppe scheiße einländer gib dir rückendeckung in der treppe oh er ist auf mich gefreut dass der böse ausgehen kann ja ja take it easy ich mach mich gleich kaputt ich mach mich gleich kaputt ich wollte das nur mal zum ausdruck bringen werbe ich frage den her genau du gehst mir voll auf den sack man hey ziel ausgeschaltet ich war plötzlich doch mal mit westliga hüro man werfe bohrladung letztes magazin feindlicher mörserschlag im einsatz ich finde ich finde du hast ein äh aggressionsverhalten und das ist kein gutes vorbild für deine mitspieler ja scheißegal das interessiert mich fremde seele in du hast du hast schon einfach gekriegt also ich finde es ist in Ordnung dass du jetzt so hier bist sie zerstört ich hab 8 kills ihr gefühlt ist 20 mal gestorben äh es ist nur gefühlt du bist 30 mal gestorben die scheune die ihn absteh den gefühlt mein gaaad du bist meine ratte Peppo du bist der hehehe feindliche Drohne im einsatz deswegen bezahlst du ansonsten du musst für Mikatineo geben dir decken waaaat für Mikatineo feindliche Drohne aktiv ja glaubst du Mikatineo kann für sich selber bezahlen das lebe ich kein Ponyhofer ne ich hatte so wenn er mitgeht hatte ich sowieso für ihn mitzubezogen ja ohne fleiß kein Reis hehehe 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 nein 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 ja ja Mikatineo kann das doch gar nicht selbst bezahlen mit welchem Geld mit der Kreditkarte seiner Mutter so wie er Call of Duty gekauft hat oh mein Gott hör auf mit dem segnen mit dem auf die Sache Schatz ne hehehe also wir werden dem jungen Jahr ein Essen bezahlen können für 30 Euro man wechsel das Magazin wechsel das Magazin mehr hast du nicht zu bieten so ein Geiz geiler geiler man ein skin für 20 Oh, ich kann das wirklich nicht. Ich will uns im Rechtsbeschub wechsel im Magazin. Lass in du Schatz in deinem Fall. Oder vielleicht ist das ein Mario Neuer? Ja, das ist ein Mario Neuer. Das wäre sogar noch besser. Man, irgendwas mache ich hier falsch mit diesen Hupen. Verdammt nochmal, Fifi Kugel frisst der Hurensohn. Die Sache ist auch die, wenn Marcel bis ruhig ist, dann ist es nicht gut. Oh mein Gott, das ist komplett zu Schreck. Ein und drei Kills. Ich glaube, ich war gerade der letzte Kill, aber darüber reden wir jetzt nicht. Ich gucke einfach nicht auf den Bildschirm. Bis gesprengt wurde. Nee. Doch weißt du es nicht. Halt die Klappe der Penner. Ja, ja, Mann. Ich kriege die Tausung von uns. Ich in den Drift jetzt. Was macht der denn jetzt? Macht der jetzt ein Update? Von was macht der jetzt ein Update? Ja. Hat nicht mal viel gefehlt und ich hätte einen Ragequit hingelegt. Echt? Ja. Mach ich nicht. Das bringt doch nichts. Hm. Das bringt doch echt gar nichts. Warum? Das ist nur ein Game, Mann. Das Ding. Ich verstehe auch nicht, wie man in den Stream geht und dann sagt er nicht mitspielen. Kein Plan. Moment, was ist nicht seine erste Nachricht? Doch, es war seine erste Nachricht. Nee. Doch, ich seh's hier. Seine erste Nachricht war Moin, kein Problem. War schon richtig. Dankeschön. Ja, toll. Aber trotzdem. Wie bist du? Was willst du von mir? Toastbrot. Abu Maria. Haha, den Abu Maria. Solange dein Name nicht Montana Black ist. Äh, nein. Grat that game. Ja, dein Klickchen, Mann. An alle Saber. Spreng das Ziel, um zu gewinnen. Wir haben die Bombe gesichert. Ist der Frog? Ist der Frog? Nichts. Nein. Abu heißt der Affe. Nein. Nein. Ich bin so... Der Quokka löst das. Oh, Quokka. Der Quokka, wollt ihr mich verarschen? Tut mir leid, die Quokka. Wer weiß deine Skills, dass du eins gegen sechs machst. Zeig, zeig, wer du bist, zeig, was du bist. Zeig uns, was du kannst. Oh, Marcel, was soll das, was soll das, Marcel? Der spielt ja mit einem Kimbo, Alter. Ein Kill war drinnen. Ja. Nächste Runde macht er verschmäht. Zuerst du. Zeig, ich bin ein bisschen mehr. Ach. Oh, jetzt gucken wir uns an. Ich muss mich hier ein bisschen frustrieren, weil sonst... Ich mach dieses Lied jetzt an. Ich hab immer noch meine Pumke an. Naja, jetzt läuft Heads will roll. Ich liebe dieses Lied. Leute, fühl dich mit mir. Wir haben die Bombe gesichert. Das Lied ist aus Project X. Einer der Fälze. 1. 5. 3. 4. 5. 4. 4. 1. 4. 5. 5. 5. Aus dem Mr. Froak mache ich Frustchenkel. Der Partialtag heißt einfach Afer. Ja, das sind sie auch. Der war böse, Kim. Primaten sind so wie die Legende fliehen. So, ich habe Abu getötet. Das ist der Affe, ich bin der den. Feindliche Bombe bei Bravo. Das killen die, das sind fuck off. Oh mein Gott, du kleine Stinktier. Ja, ja, da. Ja, ja, voll cool. Oh, du Lappen. Na, scheiße, den habe ich nicht. Nimm ihn, nimm ihn von hinten. Wo ist die? Die an die Bombe. Diese Runde ging verloren. Macht euch bereit für mich. Wollen wir so reinschwitzen, Alter. Such durch einen Hobby, Hobbylosen. Leute, Menschen wie Oma. Marcel, du sagst nachdem du so süß lautet. GG. Marcel, GG. 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 Hashtag Noob Master. Oh, ihr seid so Penner. Was war das jetzt für ein 360 hier? Was? Was? Glaubst du mir eine Shelter phasel? Boah. FàițTo uno foisлад. Fert eben. Wie war das denn? Oh ja genau. Boah. Ja. immediately töten sie das strengthened posth action. Quarte b programs fett. Sonst bin ich alleine? Ja 1 gegen 3. Du schaffst das. Das war das Prove City. Uhhh. An alle Sabre. Sicherheitsbereich um die Zielobjekte. Wer schießt denn mit seinen 20 Granaten, ja, oh, das tut mir leid. Ich hab' den Grecki gesehen. Ich bin sauer geworden jetzt. Kim hat alles gegeben. Ne, ich hab' sauer, der hat mich genervt. An alle Sables, platziert eine Ladung am Ziel und zerstört es. Wir haben die Ladung. Was bückt er sich? F***ing Drop-Shotter. Bist du nicht? Ich hab' nie den Mino-Dum. Ich hab' einen Hundert im Herzen-Dum. Ich werd' auch nicht mehr genügend umfangen. Leute, ihr müsst mir sagen, wenn die Musik zu laut ist, dann mach' ich's die Leute... Ich hab' meine Musik bei 40-45. Jöi. Nein, kommt einer von hinten. Als ob, ey. Wieder nur Hitmark auf den Kopf gemacht, oder? Figer, das ist halt... Die sind so arme, ohne Schnitzende, die Typen haben wir nicht. Ekelhaft, Alter. Da bin ich nicht. Klar, stimmt. Die sind verloren? Ja. Oh. Tja. Ooh. Ja. ... ... ... ... ... was kommt der jetzt von der seite dieser makapaka das alpaka hat geschießt Heimann, ja. Heimann. Pizza Jolo. Pizza Jolo. Kann ich mal auf einmal sehen? Go back to Sweden. Team Deathmatch. Heimann. 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 Surrestroming. Oh, der Heimann ist weg. Surrestroming. Oh, der Heimann ist weg. Heimann ist in Führung gegangen. What? Der Gut kommt der Schwieger. Oh, ja, ich gehe. Oh, okay, gut. Heimann. Heimann. Wechsel im Magazin. Hola, Ikea, man. Heimann. 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 Ikea, man. Heimann. Heimann. Verbündete Drohne im Einsatz. Lachen nach. Linke Hände online. Verbündete Aerosolbomben unterwegs. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. good-bye, good-bye. Thank you, Mikathana. Die Mecha-Packen ist fehlend. Der Mecha-Packen ist fehlend. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Thanks, Mikathana. Oh, du weißt nicht, hoch, du weißt nicht. Oh, du weißt nicht. Oh, du weißt nicht. Das war so klar, dass er kommt. Das war so klar, dass er kommt. Von europäischem Champion. Wtf du wollen das? Fuck off! Ah, du arbeitest bei Kling. Auf dem Fahrrad, auf dem Fahrrad, auf dem Fahrrad, Mädchen. Du arbeitest bei Kling. Ich habe den Kling. Ich habe den Kling. Aber du brauchst ihn nicht so schnell. Ich habe den Kling. Das war mein Problem. Ich habe ihn ignoriert. Oh, du hast ihn nicht so schnell. Du wirst ihn nicht aufbauen. Ja, ich habe ihn. jetzt ist wieder das schöne ich glaube ich habe in meinem leben noch nie so oft das wort gehört als hier bei call of duty of euro what the fuck you want I'm just a champion of euro of course of er sagt er wäre europa champion im spiel ja da komm ich nicht mehr schneller facken ding facken machen dann auch ich hab nicht mehr so er kommt da wo wir so er hört uns doch nicht über was kriegt er sich jetzt auf Ich hab dich genütet. Nee, halt. Ne, halt. Warte, fokussiert. Zum euch hört doch ja doch niemanden. Auch euch hören. Ja, aber... Das war ja schon so. Alles gut, alles gut. Ich weiß nicht, wie lange wir heute durchziehen. Ich weiß nicht. Hör auf an mich zu schießen! Ich schlafe mal wie bei einer Seite. Auflauch! Du schaffst das, lass es! Achtung! Du schaffst das! Ah, komm herr, bitch. Easy. Easy noobs. Easy, man. Zero deaths. GG, easy! Oh, so good! Good playing game! Look at my score. Look at my score, Ginger. Look at my score. The champion of the world. The champion of the world. The champion of the world. I'm really proud of you. Du hast das Kopfschmerzen, deswegen. Ich fühl's gut. Ah, diese Aggression bei den Menschen. Vielleicht die sollen mal ein bisschen entschuldiger machen. Ich hab schon mal schon einfach gemisiert. Mama, Rokette werfen da und Leute aufzuschießen. Oh Gott. Wie ich mit Kopfschmerzen zocken kann. Ich beiß einfach die Zähne zusammen. Ich bin ja vollgepuppt mit Medikamenten. Und hat mal jeder zu Chat geschrieben, du luchst wie Neil deGray's Tyson. Ich bin ja vollgepuppt mit Medikamenten. Du hättest dann von den Streep, oder? Aber fuck it! Du hättest am Busen. Ja! du hast ein account am 26 20. Dezember 22 erstellt und folgt Wer brummt so? Ja! Ja! Ok, es ist Ninjabond der Bot, der brummt wird jetzt wer ist er? Ja, ich hab so ein Wisch, okay Warte, 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 warte Hey, den wird alles attack! Ich hab auch viele Medikamente Entschuldigung des Schweres Was hat er denn da wie in dem? He found Hanna Ich helfe dich, wenn sie Tanna erfunden wird Level negenhundert, negenfünfzig meine Ideen, ich bin nicht mehr mit dem E-Spiel Er hat kein Leben Nee, seine Mutter hat kein anderes Spiel gegeben. Ja, er hat auch kein Leben I have found Hanna Hanna Das ist wie das eine da auf TikTok Das ist wie das eine da auf TikTok Das ist wie das eine da auf TikTok Ashley, look at me Scheiße, lauf wirklich viel Scheiße, lauf wirklich viel Fünf Jahre Täglich Nein, kommt her Jung, was ist das hier? Ähm, Mensch Das ist wie das eine Mönch Ehrlich Diese Runde haben wir verloren Doch, hoch, man kommt halt bereits Das sind die Leute, die rankt Ja, aber ich hab total Wichtig gesagt Ja, das ist ja irgendwie Die Leute Tsch 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 Äh Geht pur Airshop Grap Ich war schon beim Neurologen und alles, deswegen Ich hab jeden Arzt, wo es geht Deswegen Kopfschmerzen, wenn ich hier Nein, hier im Haus ist einer reingerangen Engg zusammenbleiben Also beiß ich's mich einfach durch Gibt's schlimmeres Hä? Unten im Fenster in der Mitte Untertitel Untertitel auf Die der letzte das ist der dritte auf euch ist der für doch so schön was ist mit der stürzten mann ich habe mich ehrenhaft geopfert hinter mir bei mir bei mir auf dem dach die war und ich habe gesagt den account am 26. 22 und ein Volkskimm auch seit dem Tag Zufall ich hab mit Justin schon ein paar mal gespielt Magic ich hab das ich hab das gar nicht gehört jetzt ohne Scheiß was er gesagt hat tut mir leid also ich hab das nicht gehört als ich das vorhin gesagt habe meine Kopfschmerzen fangen jetzt an schlimmer zu werden deswegen dink ja ja million nicht mehr so nice außer die ja deutsch deutsch ist deutsch 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 heiliges Land von deutsch heiliges Land ich versteh kein deutsch ich versteh kein deutsch außer Donald ich wollte nicht wissen wer wen seit wann folgt da oh baby das siehst du wenn du auf den Nahen tippst du 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 wenn ihr ein bisschen rumschwitzen wollt geht den renk da verpasst euch hierher hier steht 0 3 0 2 wir waren wir waren fast so weit ein bingo zu entwerfen mit all den beleidigenden nicht nein da kriegt er mich das wird mal die Tattoo können mit den Featers in die Lösch stand weil schon längst ein Noob machen alles man ich wollte ihn hoch und er sitzt nice gg Ok, ja, ein paar Transparenz. Rodrigues, so viel zur Prüfer. Aber ein bisschen manieren. Muss man auch. Ein bisschen manieren. So, Prüfer. Ja, Mann ist okay. Oh, ich hab nicht gesagt, Tendo ist gesagt. Tendo. Er wollte, ne? Ja, er war schön, dann fang ich schon ganz gesagt. Äh, Bombe. Keine Zubs. Danke für den Follow. So, wie geht's? Mir geht's ganz gut und ernst. Es ist wieder ganz, ganz stark heute hier. Wir lieben uns wieder, also hier. Genau, genau, genau. Also meine Mom wurde jetzt schon hundertmal beleidigt. Also wenn meine Mutter wissen würde, wie oft die beleidigt wird. Die würde wieder zurückbeleidigen. Die schreien, die einfach der zwölfjährigen. Die hat alle geschrien. Meine. Die schreien. Die schreien. Die schreien, Noob. Also geht doch mal ein Rift, wenn ihr rumschwitzen wollt, also Luca. Bambus? Frischer Bambus? Wer will Bambus? Dasустить wollte die auch immer noch. Oh und denkst die. Die einmal ist okay. Und wer machen Pupen? Wie geht es! ja ich bin ich werde nicht jedes mal die tonlage regieren weil die meinen das mikro in ihren mund zu stecken anstatt normal anstatt normal zu reden reden die leute so reden werde ich nicht immer die tonlage erinnern schlucken statt spucke ich bin momentan schnelles spiel und wir spielen und ich bin auch manchmal beute geld wenn ihr lust haben wir spielen auch manchmal mehr beim schnellen spiel aber momentan haben wir halt keine lust es hängt immer von unserer lust dann haben wir manchmal spielen wir auch nur spiel sind es treu ist nein ich bin kein valorant sie spielen auch mit zuschauern heute nicht weil wir machen wir spielen offen ich werde mir erfolgt wenn ich online gehen kannst du mal fragen wenn ich spielen kann Loco, warte mal dort. Ja klar, Loco mit unserer Warte geht noch ein Haus. Wie kleine Spunti, ne? Ich kann ja auch meine... ...Dingeschön... ...Warte! Magazin wechselt! ...Und das Magazin wechselt! Ja. Kannst du mir eine Anfrage schicken? Das ist meine Call of Duty-Technik. Ich bin dein Schutzengel! Ich spiele auf dich, glaube ich, Call of Duty. Dann nehme ich dich, also... Ne, doch nicht. Muss nachladen! Dann nehme ich dich dazu. Vielleicht löse sowas ein und bekomme Werbung. Ja, ja, so ist es, ja. So ist es jetzt. So? Kaum noch, wo die Zaun! ...Bereitschein! Machtschütze ausgeschaltet! Was für dich getroffen? Das ist nicht! Der bitte Aufklärung in meiner Position! Oh mein... Ne! Was ist hier noch? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Drohne umkreist das Gebiet! Ich kann jetzt... Ich kann auch nicht ziehen. Ich kann auch nicht ziehen. Ich mag die Meppen, ne? Ich kann auch nicht ziehen! 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 Oh mein Gott! Ich kann auch nicht ziehen! Ja, ich bin verhöhnt! Ich muss das Magazin zurück! Ich weiß nicht! Ich bin überdonnertet, Herr Jaachem! ...Mmm... ...Mmm... ...Better gut, Prats! Wechsle das Magazin! Ich glaub ich so klein gekommen.... Er geht auf mich, er geht auf mich! Der prab... ...Verbündete, Klosterne gelegt! Klosterne! Die müssen aber hier stehen, oder? Ja, also ich renne hier eh nur gechillt durch. Ich hab' da noch mal gesehen, da hat er auch schon von der Grau mal gesehen. Hey, komm rein, wir setzen! Nee, hey, ach, ihr kämmt, ey, man. Wie viel ne kleine Hure war das denn, bitte? Ah, schau, krass. Kriegt's, man. Oh, ich wollte dir mein Gewehrleitung an den Arschstisch. Ich hab' was abgekriegt! Ich hab' was abgekriegt! Verbündete Drohne online! Alter! Und was sind denn schon wieder für Lobby's hier? Vogelperspektive aktiviert! Übertrieben! Ich hab' was nicht. Maaain. Ja, ja, ja. Feindliche Drohne in der Luft! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja! Das wär's um eine HGW! Das wäre so mein Schweizer Einsatzbereich! Nein! Ich weiß, irre! Vorderer Aufklärungsüberflug an! Verstanden! Drohne... Boah, bei mir geht gar nichts mehr. Einen Kehl... Soll ich versuchen muss schlafen? Mach dich nicht mehr so weit. Okay! Gute Besserung mit den Zähnen, ne? Schlafdruck, viel Spaß beim Angelwochenende. Wo oben im Zimmer sitzen zwei und snipen. Boah, ich treffe überhaupt nichts einfacher, ne? Er steht vor mir und ich trecke ihn. Feindliche Vorräte in diesem Sektor. Biss! Verbündete Konterdrohne online! Der Feind hat einen Luftschlag angefordert! Der Feind hat einen Luftschlag angefordert! Biss! Was läuft hier? Hey, also wenn du guckt... Ja... Wer hat eine Vorladung? Verbündete Aerosolbomben kommen! Feindliche Drohne in diesem Sektor. Gebe dir Deckung! Er ist tot! Gebe dir Rückendeckung! Ich habe Ihren Schadenschützen erledigt! Feinde im Einsatzgebiet! Gehe mal von hinten! Nein, wieder dieser Irre! Dann killt er mich wieder! Ich glaube, ich wechsle gleich mal. Nein! Nein! Scheiß Opfer! Feindliche Vorräte nähern dich! Okay, halt ins Bett! Ich höre eigentlich immer wieder nach Todes kommen! Los, nachladen! Ja, dann schlaf dich mal aus! Ja, meine scheiß Schlafpillen müssen eigentlich eine Stunde vor dem Schlafen gehen wirken! Verbündete Drohne im Einsatz! Und Kevin steht schon bald wieder auf! Mau wollte hinzugehen? Ja! Das konnte ich dir nicht durchgehen! Und wenn ich da noch wach bin, dann regt er sich auf! Was ist das? Kann ich nicht? Kann ich nicht bei dir nicht durchgehen. Also ich weiß nicht, wie ich ihn will! In 24 Stunden... Wir haben wahrscheinlich schon beim Dachten gemacht. Schon durch, schon auf. Schon in der Zeit. Für den Rift ist äh... Schon Digger of Charity Streams für einen Fernseher schon mal gemacht. Oh, Pett. Das konnte ich dir nicht durchgehen lassen. Boah, ich muss mich auf 4 bereden. Ach. Schwenken an, ich will schon mal. Nee, das geht auch nicht. Was? Ich laufe schon dick mal da nach Fernseher. Was guck mal, was kommt denn? Was kommt denn? Sie rennet davon, weitere Sohn. Nicht verstanden. Drohne kreist über Einsatzgebiet. Aufklärung online. Ich muss da nur in den Doppstuhl, weißt du nicht, was? Was hämst du gesagt? Sie guckt mir los, wenn man redet. Okay. Bitte noch auf Kills. Dann noch rein spuren. Achtung! Drohne verlässt das Einsatzgebiet. Ein Erster habe ich nicht gemacht. Nee, ich bin zu der Lunge geheimt. Ich hab meinen Ersten vollständig. Digger, dieser Seid, der geht mit ihm jetzt auf die Sack, alter. Ich hab ein Anfänger gefunden. Den kreist er mich jetzt aber zu sehen. Warum? Oh, warum? Oh, wie kannst du das denn? Das war der Anfänger Sniper. Das ist aber möglich. Nee, nein, das war genau. Entschuldigung! Das war ja keine Sniper. Wer hat meine Sniper? Oh, das ist das. Zum Glück, Franz. Ja. Oh, sieh sieh. Die Bumseid, die gingen mir so auf den Sack, Alter. Echt. GG rauslauen? GG, ne? GG, ne? GG, guys. Niemand will mit mir reden. Uh, ein Indiener umzuschmübel, den haben ich gut. Das heißt, was willst du, Marcel, wie das Spiel wechseln oder was? Ich kann auch noch so lange weiterspielen, bis ihr Pennen geht. Ich meine, wir haben das Viertel nach drei. Also, ich geh jetzt Pennen. Weil mein Medikament braucht noch eine Stunde, um zu wirken. Ich glaube, es soll uns rübergehen zu Texas. So, fertig. Europa-Land. Schön, dass wir noch schaffen im Zimmer. Boah, bitter, 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 bitter. Warte, ich mache kurz den Stream aus. Also, danke, die im Stream dabei waren. Danke für die zahlreichen Follower, die ich dazu bekommen habe. Ähm, sieben Stunden reichen mir. Wir versuchen es morgen nochmal. Und dann, ähm, ich küsse euer Auge, küsse euer Herz. Und dann, tschüss. 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 Tschüss.